willkommen zu einer neuen folge pokémon go bzw hat das überhaupt noch mit pokémon go zu tun wir kommen zu unserem ersten großen offiziellen beef mit einem anderen youtuber mit einem anderen pokémon go spieler ich verstehe die welt nicht mehr keine ahnung kennt ihr alle den whisky ja nicht den der im hintergrund hier steht den man trinken kann sondern den whisky den ich das allererste mal jetzt hier sehe von angesicht zu angesicht zu dem video gleich aber mehr auch zu seinem youtube kanal gleich mehr es ist für mich ja schon eine ehre dass jemand mit 27.000 abonnenten ein video über mich macht hey da könnten jetzt sagen der whisky nutzt das ganze für promo ja dass er jetzt ein reaktions video macht das so schön mit smiley und dings auf seinen kanal lädt und wieder mal ein giveaway in diesem video auch noch gleichzeitig macht und gleichzeitig mein video noch mal der öffentlichkeit präsentiert mein video noch mal verlinkt noch mal werbung für mein video macht obwohl er ja eigentlich will dass das video verschwindet weil der inhalt ja nicht rechtens ist haut er nicht nur also nicht nur meine 4000 leute haben das dann gesehen sondern auch 27.000 leute von ihm er nimmt also ein thema was vom tisch sein soll und bauscht es noch mal auf und gibt dem ganzen noch mehr reichweite dass alle mitglieder dieser whatsapp gruppe von ihm im prinzip noch mehr schaden haben das klingt für mich alles komplett unüberlegt aber warum nicht einfach mal ein video machen auf einem kanal darüber zum anwalt rennen wir müssen dagegen vorgehen und solange wie mein anwalt dagegen vorgeht mache ich einfach ein video drüber für meine abonnenten und gebe dem ganzen thema noch mal aufmerksamkeit und verbreite das video von ramses noch mehr ich tue jeden auf das video ansetzen dass jeder sich das anschaut dass jeder den inhalt sieht und dass jeder an diese nummern kommt die geheim sein sollen die keiner kriegen soll ich verstehe es nicht für mich fehlt schon wieder komplett der sinn aber kurz zurückgehend viele leute haben das mitgekriegt viele leute hat es interessiert manche leute wissen gar nicht was wie wo mittlerweile habe ich jetzt hier in diesem video die zwei leute auch mal beschriftet hauptsächlich geht es also um den svenny boy und um den witzki ne whisky statt statt whisky also witzki weil das was er macht ist ein witz und weil er ja so berühmt ist dafür dass er keys verkauft aber nicht den steinigen keys sondern keys für pg sharp und sonst was ich glaube das ist doch das einzige problem was er gerade noch hat ihm geht es gar nicht um das eigentliche thema ihm geht es nur um seine bescheuerten keys und deswegen in dem neuen video macht er ein giveaway mit keys oder irgendwas keine ahnung und macht wieder werbung für ihr könnt keys bei mir kaufen also für mich wenn es so wie das für mich aussieht nutzt er das ganze einfach nur als promo wo ist sonst der sinn dass man nicht will dass was verbreitet wird aber macht für 27.000 ein video genau über das was gar nicht da sein soll angefangen hat das ganze ja ich wurde in die gruppe eingeladen er sagt selber aber dass das mich niemand eingeladen hat wenn ich einen link von der öffentlichkeit beitrete würdest du definitiv nicht eingeladen sondern bist freiwillig hier rein so das für mich auch ein wichtiger punkt er sagt also selber es ist eine öffentliche gruppe es ist ein öffentlicher link jeder kann in diese gruppe ihr wisst wie das ist mit whatsapp früher haben die leute aus ihren telefonnummern wirklich ein geheimnis gemacht hast du irgendeine dickbusige bitch auf der straße getroffen und hast gesagt bruder krieg ich deine nummer die hat ja erstmal in die eier getreten und dann gesagt ich gebe doch meine nummer nicht irgendeinem wild fremden heutzutage in zeiten von whatsapp ist das anders jedes kleinkind macht whatsapp gruppe auf whatsapp gruppe memes in co whatsapp gruppe lol chat lol und dann sind einfach da 50 leute drin auf facebook wird gefragt will jemand meine whatsapp gruppe dann kommen die leute da rein die leute gehen in einen raum deine nummer wird angezeigt und in diesem raum sind bis zu 250 andere leute die du alle nicht kennst deren handynummern auch überall öffentlich angezeigt werden es ist ein öffentlicher einladungs link ein öffentlicher link der unter jedem seiner videos steht von seinen 27.000 abonnenten ja 27.000 leute können in die gruppe rein wie sie wollen und jeder von diesen sieben fast 30.000 leuten kann also alle nummern in der whatsapp gruppe sehen und jetzt ist das problem dass diese nummern das geht nicht dass man nummern veröffentlicht oder weiter gibt weil das ist privat das ist datenschutz sonst was schon überhaupt in einer öffentlichen whatsapp gruppe jetzt von datenschutz zu reden finde ich irgendwie komplett sinnlos wenn man öffentlich irgendwo rein geht dass jeder alles sieht kann man doch dann sich nicht darüber beschweren dass jeder alles sieht das für mich schon mal ein wichtiger punkt er hat hier in seiner aussage ich lüge nicht ich lese vor was da steht er hat selber zugegeben das ist öffentliche gruppe öffentlicher link jeder kann da rein jeder kann alles sehen und woher sollte ich in die gruppe kommen wenn ich den link gar nicht kennen ich vorher von ihm gar nicht wusste aber leute von seiner gruppe mich gesehen haben mich gefeiert haben und wollen dass ich in die gruppe kommen mir deswegen den link gegeben haben und sagt wäre cool wenn du auch reinkommst habe ich mir angeguckt aber dann hat man einmal seine meinung gesagt und schon wurde man umgebracht von svenny und wis ihr kennt die geschichte wis hat angefangen dass kobalium ist ein mystisches pokémon kobalium kann man nicht tauschen wie heißt das andere ding auf jeden fall ja es ich habe ihm gesagt das kann man klartauschen das ist legendär normal keine ahnung dann ging es ja legendäre die bleiben vielleicht als shiny im ball aber mystische nicht die oxys kann fliehen und kobalium ist mir auch geflohen das ist auch mystisch wo du denkst digga du bist admin du erzählst hier irgendwelchen stuff stellst mich vor deiner gruppe als idiotin und sagst ich soll mit meinem halbwissen nicht herumreden svenny und wisst ihr haben sich da nicht viel gegeben sie sagen ich verbreite irgendwelche unwahrheiten ich laber mist ich habe keine ahnung und sie behaupten dann so zeug was selbst teilnehmer in der eigentlichen gruppe von ihm widerlegt haben und gesagt haben nee ist schon so wie ramses sagt ja und dann wirst du einfach kurzerhand rausgeschmissen weil ich dumme aussagen bringe eigentlich habe ich nur seine aussagen korrigiert weil ich nicht möchte dass irgendwelche falschen informationen rumfliegen als ich rausgeflogen bin das ist ja auch ein punkt viele leute sagen jetzt warum hast du das nicht einfach privat mit ihm geklärt als ich rausgeflogen bin habe ich ihn auch angeschrieben ich habe ihm das auch gesagt ja wegen videos so er sagt boah ist das peinlich bitte nicht nach privat nerven ich bin bereit er hat sich noch weiter darüber lustig gemacht er hat das auch nicht ernst genommen ich habe das auch nochmal gesagt wie ich das wie eklig ich das finde er einen so behandelt einen schnell rausschmeißt mundtot macht mich jetzt weiterhin auslacht er steht bis hier oben ich hasse einfach solche menschen er hat mich blockiert direkt er hat sich nicht mal zeit genommen irgendwas zu klären ja also alle als er mich abgewürgt hat habe ich gedacht gut ich habe noch kein video gemacht er will unbedingt dass es beef gibt ich probiere es nochmal bei svenny jetzt habe ich mit svenny versucht zu reden wo denn das scheiß problem ist und blöd aber svenny natürlich auch ist ja die rechte hand von wist gewesen deswegen komm lass gut sein er lacht ja wieder alle drehen durch hahaha es nimmt einen keiner ernst jeder normale mensch würde vielleicht sagen ach komm lass gut sein die sind behindert reicht ich habe ein problem ich bin ewig in behandlung digger real talk ewig in behandlung äh kombinierte persönlichkeits- und verhaltensstörungen ich fress jeden tag tabletten ja damit ich keine wutanfälle krieg aber dann kommen solche leute wirklich und jeden fortschritt den du machst meine community die tut mir wirklich gut in der ganzen sache ich fühle mich wohl äh ich habe richtig ich bringe so oft sagen die leute sie sie respektieren und sie bewundern meine geduld dass ich nicht an die decke gehe bei immer immer den gleichen sachen und immer den gleichen fragen sie finden das so krass wie viel geduld ich habe aber ich sehe die leute meinen das ist ja nicht böse das ist unwissenheit sie fragen du erzählst sachen 20 mal aber niemand von denen will dir ans bein pissen und dann bin ich auch gemütlich wenn ich aber wirklich sehe jemand der versucht absichtlich einfach nur dich schlecht zu machen dich als idiot abzustemmen vorzuführen vor seinen gruppenmitgliedern nur der mich als äh ahnungslosen dummschwätzer outen schmeißt mich raus während er seine halbweisheiten da selber verbreitet ich habe es nicht verstanden was das soll er kann sich doch mal irren irren ist menschlich nein und bei sowas das sitzt tiefer das frisst sich so in mich rein in dem Moment ich kann nicht anders nachdem beide mich also blockiert haben beide mich abgewiesen haben äh da habe ich dann gedacht gut mach mal ein Video teil der Welt mal mit was für ein Schwachsinn auf der Welt herrscht was für Leute es doch gibt weil ich hasse sowas es ist sicherlich nicht der richtige Schritt es ist nicht der richtige Schritt ich weiß das aber wenn der Schaden einmal angerichtet ist meiner Meinung nach ist es dann eh zu spät muss ich damit leben wenn irgendwas kommt aber mir ging es nicht darum Nummern zu veröffentlichen mir ging es darum wirklich diese Story zu erzählen was schon wieder für Mist mir wieder fährt und ich immer nur in solche Fettnäpfchen drehe dann habe ich mit Svennyboy wieder geschrieben ja man wird blockiert man wird überall blockiert er möchte nicht diskutieren er wartet bis heute Abend er setzt das unter Druck alles so also er setzt einen unter Druck weil er ja gesehen hat boah der hat jetzt Video gemacht oh Anwalt ist auf jeden Fall eingeschaltet Anwalt kommt Anwalt hier Anwalt da also ich mache einen Aufriss ihr könnt euch das in Ruhe alles durchlesen ihr könnt da Pause drücken er ist kein Admin mehr in der Gruppe ich werde dich noch einmal darum bitten mich da rauszuhalten und dein YouTube Video Beef ich möchte in Ruhe leben hab momentan genug Scheiße wie gesagt wenn das Video heute Abend aller spätestens nicht raus ist werde ich das Go geben mein Name und meine Nummer fällt da und somit bin ich im Recht ja aber sein Name und seine Nummer ist doch eh für jeden ersichtlich und für jeden öffentlich und ich wüsste doch gar nicht wie er heißt wenn es nicht an seiner Nummer stehen würde was er selber angegeben hat und deswegen Svenny Boy Svenny Boy hier jeder der in der Gruppe ist hat seine Nummer und hat seinen Namen jeder der in die Gruppe reingeht und jeder kann in die Gruppe rein hat seine Nummer hat seinen Namen aber ja er hat sich dann auch beschwert dass ich ein Herzchen gegeben habe an einen Kommentar wo einer meinte ich glaube ich rufe heute mal den Sven an ich habe kein Herz gegeben weil ich die Aktion gut finde ich sage jedes Mal in jedem Stream wenn ich einen Kommentar gelesen habe mache ich ein Herzchen dran für mich damit ich weiß habe ich gesehen wenn irgendwo nichts dran ist habe ich den noch nicht gelesen als Erinnerung das wissen meine Leute Sven weiß das nicht ist okay hat er in den falschen Hals bekommen so als ob ich das gut finden würde finde ich nicht dann sagt das meinem Anwalt sagt das meinem Anwalt weil ich dieses ja keine Ahnung also was denn nun ich meine auf der einen Seite sagen sie sie haben den Anwalt eingeschaltet auf der anderen Seite haben sie den Anwalt nicht eingeschaltet er hat mich dann auch verfolgt er hat dann auch den Stream geguckt er hat ja er hat mir dann gesagt ja ich soll das klären er will seine Ruhe haben habe ich auch verstanden er ist ein Familienvater so wie das jetzt scheint wie sich herausgestellt hat er wird belästigt ich habe extra in dem Stream danach auch gesagt passt auf hier der fühlt sich belästigt ich weiß nicht wer da anruft ich weiß nicht welche Leute das sind lass das mal sein selbst die eigene Community hat gesagt woher wollen die denn wissen dass das Leute von uns sind schließlich hat Whiskey einen Support 24-7 auch drin wo man einfach 24-7 anrufen soll wenn man Fragen hat und jetzt sagen die die fühlen sich belästigt wenn mal das Telefon klingelt entweder sind es Leute von denen selber entweder sind es Leute von da ich weiß nicht wer es ist wer es ist sollte das auf jeden Fall sein lassen weil es ist sowieso Quatsch ist sowieso Quatsch ist Schwachsinn habe ich ja nicht gewollt habe ich auch nicht dazu aufgerufen ich habe nicht dazu animiert mir ging es nur um die Sache und als ich gesehen habe er hat in den Stream geguckt habe ich auch gesagt hättest wenigstens mal eine Spende oder einen Like dagelassen fand ich dann lustig so auf jeden Fall habe ich gedacht gut das ist jetzt vielleicht ein bisschen mit ihm entschärft ich habe das angesprochen plötzlich meldet sich Whiskey bei mir nach dem nach dem ganzen Zeug nach dem Video er sagt auch er hat schon telefoniert ich bekomme einen Post am Montag er kontaktiert mich hier ja die Gruppe ist öffentlich und so aber ja du hast dir damit echt Probleme besorgt ich empfehle dir das Video runter zu nehmen ne er will also dass ich das Video runter nehme ich habe gedacht gut er ist jetzt einmal da nachdem er mich blockiert hat hat er mich deblockiert redet wieder mit mir ich kann das Video jetzt direkt runternehmen oder ich kann erstmal mit ihm versuchen das Problem zu klären warum ich überhaupt ein Video gemacht habe in der Hoffnung er rafft das und er verändert mal seine Art und Weise wie er mit Menschen umgeht bevor ich das einfach jetzt weil er mich unter Druck setzt und sagt ich habe einen Anwalt jetzt nehme ich es runter und dann nehme ich es runter und dann lacht er sich ins Fäustchen möchte ich nicht ich möchte wirklich dass er das versteht überhaupt wie ich mich gefühlt habe was er mir angetan hat als Menschen da bin ich so penibel wegen dir war ich traurig du hast mich so böse behandelt warum und zum Schutz habe ich dann das Video gemacht weil ich weiß ja nicht wer du bist und wo du wohnst und deswegen dann habe ich deswegen ein bisschen mit ihm geschrieben er hat auch im Prinzip schreibst du gerade mit Wiss das habe ich auch nicht verstanden im Prinzip was heißt im Prinzip du musst doch wissen ob du du bist oder nicht er sagt ja wahrscheinlich verwechsel ich eh immer wer wer ist ne und so aber was heißt denn wer wer mich hat an dem Tag einer angerufen hat sich beschwert dass er Anrufe kriegt ich habe danach gesehen ich habe Nachrichten von Svenny Boy also aha dann war das wohl Svenny Boy der angerufen hat wo ich erst dachte habe ich ja in dem Video gesagt ich dachte Wiss hat angerufen weil einfach aus dem Nichts einer kam wegen dem Video aber es war Svenny Boy so und in dem Video ich hatte auch gesagt ich weiß nicht mehr wer mich überhaupt eingeladen hat vielleicht war es ja gar nicht Whisky vielleicht war es einer von seinen Jüngern ist doch okay ich habe doch nicht gesagt der war das und hat das so gemacht ich habe immer gesagt kann so sein kann so sein ich habe das offengelassen auf jeden Fall wurde ich eingeladen mir wurde der Link geschickt aber jetzt kommt der Annen hier mit dem er hat vor kurzem erst erfahren was abgeht die Aussagen sind nicht in Ordnung sonst würde ich nicht diesen Weg einleiten wollen oder bevor das passiert versuche ich auf höflichem Weg hier was zu klären das nächste ist durch deine Aufruhr wird einer meiner Leute privat belästigt mit Morddrohungen und sonstigem Scheiß Digga ist meine Community wirklich so krass dass die Morddrohungen an Svenny Boy gibt es kann ja nur Svenny Boy sein wenn Svenny Boy der ist der angerufen wird und Whisky und Whisky von einem anderen redet kann auch sein er redet von sich selbst in der dritten Person aber er sagt es wird jemand belästigt mit Morddrohungen ich habe ihm auch gesagt weil er kommt einfach an und wirft was ich mache ist Rufmord ich habe gefragt was ist daran Rufmord jeder nutzt das Wort Rufmord erklär mir doch mal bitte was genau ist jetzt Rufmord er beleidigt mich in seiner Gruppe er schmeißt mich da raus ich sage sowas habe ich noch nicht erlebt sowas Respektloses dass man nur weil man auf einen Fehler hinweist als Idiot abgestempelt wird und rausgeschmissen wo ist das Rufmord ich habe keine Sachen erzählt die nicht stimmen ich habe alles so wie es war fertig so er hat mir natürlich bis jetzt immer noch nicht erklärt was an der Sache Rufmord ist ja das klingt alles wieder nur so nach Einschüchterung hin und her er sagt ach du nimmst mich nicht ernst so fertig und das einzige Thema was ihm wahrscheinlich wirklich nur wichtig ist ist das mit den mit den Kinder abziehen aber meiner Meinung nach ist es trotzdem ein Fakt dass ein ein PG Sharp Key 5 Euro kostet und weil die Leute keinen Paypal haben um den zu kaufen sagt er gibt mir 10 Euro als PaySafe Card Guthaben sonst was dann kriegt ihr einen Key das heißt er nimmt 10 Euro für was was 5 Euro kostet derjenige kriegt dann seinen Key aber er selber hat 5 Euro plus gemacht das ist für mich eine reine Charaktersache wenn er Leuten wirklich helfen möchte helfen würde dann könnte er sagen wie du kommst nicht dahin keine Sorge ich mach das für dich bitteschön uneigennütz wäre er ein edler Ritter guckt mal Julchen ich sag oh Julchen hier ich hab keine Kreditkarte wenn Julchen sagt okay ich bezahl dir das und es hat 5 Euro gekostet gib her gebe ich ihr 5 Euro dann kann ich doch sagen für ihre Mühe gebe ich ihr etwas mehr ist doch okay Julchen ist sogar so korrekt und sagt ach komm das sind nur 5 Euro bezahle ich dir ich wäre sogar so und sag es hat 5 gekostet komm ich gebe dir 10 wenn Julchen sagt ja hat 5 gekostet gib mir 5 bei Paypal kein Problem aber Whisky wäre wohl so drauf was du willst dass ich dir was für 5 Euro bezahle okay gib mir 10 Euro dann mach ich das dann kriegst du das für 5 und ich verdiene wenigstens noch was dabei das ist für mich trotzdem kleine Kinder abziehen wenn ich mehr nehme als das wert ist und nicht mal dass die das ihm freiwillig geben können und spenden können klar ihnen bleibt ja keine andere Wahl die sind klein und naiv die sagen ich will's boven ach man ich schaff das nicht mir für 5 Euro das zu kaufen der sagt für 10 Euro wird er mir das machen und dann sagen die einfach ja und dann geben die aber er nutzt diese Hilflosigkeit dieser kleinen Kinder aus denen mehr Geld abzunehmen als er eigentlich braucht oder als das wert ist und es kann mir keiner erzählen dass das dass das um rechnen oder irgendwas das umwandeln 5 Euro kostet das sind bestimmt Centbeträge ich kenne mich damit nicht aus aber viele haben gesagt dass das so abläuft bei ihm und dann glaube ich das auch er hat's ja auch in seiner eigenen Beschreibung drinstehen für einen 30 Tage Key nimmt er 10 Euro PaySafeCard also ist das ja nicht was irgendjemand erzählt hat und ich glaube das er hat's ja schwarz auf weiß bei sich drinstehen und Fakt ist ein Key kostet 5 Euro und Fakt ist er hat drinstehen er nimmt 10 Euro wenn er dir einen 5 Euro Key gibt für mich ist das einfach sinnvoll aus Geschäfts von Geschäftskreisen her dass er da sich schön eine goldene Nase verdient aber ich find's etwas charakterlich schwach einfach nur sowas zu machen aber irgendwie das war genau dasselbe Thema hier steht's ja nochmal dass man da den Leuten das aus der Tasche lockt Geld verdienen kannst du damit sicher genau er sagt wieder ach ich seh wir komm nicht weiter ich mein das war ja er hätte dazu was sagen können hätte er gesagt nee wenn ich das umrechne bezahle ich 4,50 Euro und deswegen nehm ich 10 das ist das Thema was ihn interessiert er sagt nichts dazu ich frag wo ist das Rufmord er sagt nichts dazu ich sag wer wird bedroht was für Moddrohungen wer was wo er sagt nichts dazu er sagt ich soll meine Community fragen und ich denk mir entweder redet er nur leeres Zeug oder keine Ahnung es ist einfach nichts dahinter und das Video was ich gemacht hab ich habe doch keine Geschichten erfunden ich habe den Verlauf gezeigt dass man wirklich sehen kann was er gesagt hat was Svenny gesagt hat was ich gesagt hat wieso heißt es jetzt ich verbreite Unwahrheiten jeder konnte selber nachlesen was da steht aber er weicht einfach wieder aus er weicht aus ich habe auch gesagt wer bekommt Moddrohungen von wem zeig mir das ich kümmere mich um denjenigen so weit muss es nicht gehen aber er sagt nichts dazu er sagt gar nichts ich frage mich was du so viel diskutierst das kannst du selber mit Sicherheit an deiner Community herausfinden gut er ist wieder mal weg er macht wieder mal nee ich mach Anwalt ich mach Anwalt aber statt Anwalt lädt er gestern sogar noch ein Video hoch er lädt gestern noch ein Video hoch und gibt einen Key raus für seine Zuschauer und verlinkt mein Video obwohl er ja will dass das Video wegkommt um seine Mitglieder zu schützen macht er jetzt Werbung für das Video dass das noch mehr Leute sehen und noch mehr Leute an die Nummern kommen verstehe ich verstehe es einfach nicht wir können alles klären oder so es sieht nicht aus als würdest du es klären wollen er fängt wieder an ja merk du das für die Zukunft so ich denke was heißt das denn jetzt gibt er jetzt auf ist er jetzt weg ich verstehe es nicht was ist los mit dir ich versuche sachlich zu bleiben jetzt kann ich nur lachen und bestätigt einfach alles sachlich sachlich er hat mich vor seinen Mitgliedern bloßgestellt er hat mich dumm gemacht er hat mich meine dummen Aussagen und sonst was jetzt ich laber shit ich mach keine Ahnung hin und her er schmeißt mich schnell raus alle fragen was war das denn er kann voll der dämliche hier ohne Ahnung keine Ahnung er schädigt ja auch meinen Ruf in dem Moment obwohl er sagt er hat nie wieder ein Wort über mich verloren und ich bin kein Thema und obwohl ich kein Thema bin hat er trotzdem in seiner Gruppe eine fette Ankündigung wer nochmal was sagt und meine Unwahrheiten und meine dämlichen Videos hier guck mal die Unwahrheitsthemen und Videos von Ramses also er tut nach meinem Austritt mich weiterhin als Lügner und ich Unwahrheiten Mensch wo ich mir denke was ist bitte jetzt eine Unwahrheit Junge du hast mir das immer noch nicht gesagt in 100 Jahren nichts und er hat gesagt ich hab dich nie wieder erwähnt und kein anderer hat dich erwähnt keiner hat über dich geredet keiner hat was nachgefragt aber er hat ja selbst den Leuten verboten überhaupt das Thema anzusprechen weil jeder der irgendwas dazu fragt sofort gelöscht wird und rausfliegt also das ist natürlich sehr schlau dass da keiner was dazu sagt aber es ist ja nicht mal so dass keiner was gesagt hat er leugnet Dinge die schwarz auf weiß denn okay er hat den Kontakt wieder abgebrochen er ist wieder rausgegangen ich hab Svenny Boy nochmal gefragt ob er eigentlich die City Spotlight Stunde zockt er hat auch gefragt willst du mich ärgern ich bekomme Anrufe am laufenden Band kann sein kann auch nicht sein weiß ich nicht ich frag auch du kriegst Morddrohungen ja willst du Beweise gerne wo sind die Beweise keine Beweise er sagt mir wird geschrieben dass meine Mutter verrecken soll wurde ihm das geschrieben schickt doch bitte mal einen Screenshot wenn das jemand schreibt dann kann derjenige das ja nicht mit unterdrückter Nummer schreiben wenn derjenige das schreibt dann hast du doch die Nummer dann weißt du doch wer das ist es ist richtig asozial sowas zu schreiben gebe ich ihm recht auf der anderen Seite ist es keine Morddrohung es ist weder eine Morddrohung gegenüber Sven wenn dort steht äh seine Mutter soll verrecken das ist keine Morddrohung gegenüber Sven das ist auch keine Morddrohung gegenüber der Mutter und so sehe ich wieder was für Unwahrheiten die verbreiten der eine redet von oh meine Leute werden hier schon bedroht Morddrohung alles hin und her denn ich so ja ja hier willst du Beweise dann bringt er irgendwas asoziales aber es ist keine Morddrohung aber jeder denkt oh voll krass und so weiter hinten im Gespräch hat er wieder gesagt er wird angerufen und am Telefon wird ihm gedroht woher soll ich denn wissen ob das wirklich stimmt wenn da unterdrückte Nummern sind und er geht gar nicht ran woher weiß der was die Leute sagen wollen wenn er rangeht warum geht er denn ran bei unterdrückten Nummern und hört sich die Scheiße an geht doch einfach nicht ran ich würde zu gern sein Handy mal sehen wie viele Leute da anrufen und wann und warum und vor allem möchte ich gerne mal diese Nachricht sehen dass ihm gedroht wird gibt es diese Nachricht überhaupt wenn ja dann zeig denjenigen doch an wenn derjenige dich belästigt und beleidigt und du das als Morddrohung dann geh doch damit zur Polizei und du denjenigen mit seiner Nummer weil der dir ja geschrieben hat anzeigen weil das geht wirklich zu weit gebe ich recht aber mir kommt es schon so vor als würde das gar nicht so sein das ist es ja ich werde angerufen mit Morddrohungen was denn nun mir wird geschrieben dass meine Mutter verrecken soll ich werde angerufen mit Morddrohungen was jetzt also gibt er zu dass das oben keine Morddrohungen ist weil die Morddrohungen ja nur am Telefon waren wo er rangeht unterdrückt und nachträglich was behauptet was keiner nachweisen kann hm sagt doch er kann keine YouTube Videos gucken nix ich sag mach doch Flugmodus rein äh dann ruft keiner mehr an und dann machst du WLAN kannst du YouTube Videos gucken würde auf jeden Fall alles äh passen geht ich frage nochmal mit ihm äh er nur lässt du mich jetzt lässt du mich jetzt lässt du mich jetzt und das hunderttausendmal lässt du mich jetzt anstatt er mich blockiert wenn ich ihm auf den Sack gehe und ich eh mit ihm nicht reden kann weil er einfach nur voll die Drama Queen ist in dem Moment sag ich auch blockiere mich fertig ich hab ihn wieder gefragt erklär mir doch einfach jetzt trotzdem mal wo ich Unwahrheiten verbreite ja wo was ist Unwahr Mann und er sagt wieder nichts und dann kommt sogar heute einer ein guter Mann siehste ja der schreibt mich an ich frage mich woher hat er denn meine Nummer ich habe demjenigen nie meine Nummer gegeben aber derjenige hat die Nummer aus dieser öffentlichen WhatsApp Gruppe von Whisky sprich dadurch dass ich in dieser Gruppe bin haben irgendwelche fremden Leute also meine Nummern auch ohne das ohne das Video ohne sonst was kann es also sein dass mich Leute fremde Leute anschreiben und meine Nummer haben was niemandem klar ist erst durch das Video sagen sie boah jetzt haben Fremde meine Nummer dass vorher Fremde die Nummer haben verstehst du nicht aus der Gruppe rausgesucht das war aber ein guter Mann deswegen der hat mit mir geschrieben alles wunderbar er hat auch gesagt ich bin ein Mensch du bist ein Mensch wir haben es beide verdient respektvoll behandelt zu werden fand ich auch wunderbar hab auch gesagt dass ich das jetzt mitgekriegt hab dass der Whisky wohl ein Video hochgeladen hat was er wohl für Promo nutzt weil er ja da auch wieder seine Links bewirbt und sagt die Gruppe ist da und da könnt ihr rein und hier und dort und bla und checkt mal das Video aus hat er hier ich verstehe es nicht warum dem Ganzen noch Promo geben warum das Ganze noch mitnehmen ja ich verstehe das ich bin einfach der Meinung dass es ein Selbstschuss ins Bein ist von ihm definitiv selbst derjenige aus seiner eigenen Gruppe distanziert sich von ihm ja normal du scheinst gut drauf zu sein korrekt dass du direkt zu ehrlich bist und raushaust und ich verstehe komplett den Sinn ihr seht warum komme ich mit diesem Menschen klar und mit den anderen beiden nicht weil er schreibt ganz anders er gibt sich ganz anders es tut mir wirklich leid dass derjenige damit reingezogen wird sozusagen dass denen seine Nummer auch dann öffentlich ist aber sowieso ja alle aus der Nummer äh alle aus der Gruppe seine Nummer haben und alles von ihm wissen und dann wurde mir noch was zugespielt da hat auch jemand reingeschrieben nochmal hat auch nochmal gesagt jetzt eine Frage wer bitteschön kennt Ramses nicht ne wer ihn nicht kennt hat definitiv was verpasst Mann Leute nehmen die Scheuklappen von den Augen ja ehrliche Worte die höchstwahrscheinlich zu einem Rauswurf führen ich meine da hat sich sogar jemand nachträglich als ich rausgeschmissen wurde für mich eingesetzt und fand das auch assi was da abgeht hat Partei für mich ergriffen aus seiner eigenen Gruppe und derjenige wurde dann natürlich auch rausgeschmissen wurde auch rausgekickt derjenige äh also das war glaube ich eine Dame wurde auch dann entfernt keine Ahnung keine Chance nein jeder der was kritisiert ist automatisch ein Lügner ein Hater und wird ermordet und jetzt ich weiß es ist wirklich schlimm das Video geht eine halbe Stunde guckt es euch gar nicht an es ist komplett sinnlos aber ich möchte mal wissen was für eine Aufklärung jetzt um was geht es kommen jetzt also diese Unwahrheiten raus ich habe schon gesehen vor allem bei 27.000 Aufrufen bei 27.000 Abos 157 Aufrufe das läuft ja mega bei ihm hier sind jetzt vier Dislikes drauf ihr seht selber ich habe nicht gedisliked ja also ich denke mal er hat sicherlich mein Video gedisliked ich habe sein Video nicht gedisliked und dann gibt es Leute die erst sagen die Dislikes sind von Ramses sein Mitläufern ahaha Digga wenn ich 4000 Abonnenten habe und so viele Leute bei meinem Video geschrieben haben dass das alles Kindergarten ist erstens glaube ich nicht dass die alle dieses Video von ihm kennen und zweitens wenn dann wären das bestimmt 50 Dislikes ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen aber ich glaube viele Leute sagen der Ramses ist so ein guter Mann der andere labert Mist aber wegen vier vorhin waren es noch drei wegen vier Dislikes sagen die das sind meine Mitläufer da merkt man doch schon mal wie verblendet die einfach sind und guckt euch auch mal den Kanal an ich will ja nichts sagen 27.000 klingt fett aber die Thumbnails die die Pfeile da drauf die übertriebenen Schriften die ja die Kreise die Pfeile die Emojis dann habt ihr hier was habt ihr wo war hier Fortnite Minecraft sonst was schon von dieser Sparte aus denke ich mir der Typ kann einfach nichts gescheites sein weil das sieht aus wie von irgendeinem kleinen Fortnite Minecraft Kitty wie es einfach 10.000 am ganzen wie es einfach 10.000 auf der ganzen Welt gibt die auf jeden Hype aufspringen und immer nur Hype mäßig irgendwas machen und dann brauche ich mich doch nicht wundern wieso er sagt Cobalium kann man nicht tauschen Cobalium ist mystisches Pokémon und Dioxys kann fliehen aus dem Raid wenn es shiny ist und bla wenn er gar keine Ahnung hat weil er das einfach nur spielt um Keys zu verkaufen und das einzige was wirklich bei ihm gut ankommt sind natürlich Videos über das Spufen Anleitung für IOS wie man Spoof Spufen Benutzung Features Erklärung das das kommt immer gut an und ich habe schon immer gesagt ich würde niemals ein Tutorial machen wie man Spooft denn ich möchte niemanden zum Spufen verleiden ich bin jemand der Spooft okay und wenn ich Spoofe versuche ich dass meine Community auch was davon hat indem ich die schön mit Geschenken versorge indem ich viel für Raids einlade indem ich Giveaways mache wo ich auch mal regionale raushau da müsst ihr nichts kaufen oder so da müsst ihr nichts bezahlen andere Spoofen und verkaufen das dann im Internet die verkaufen regionale Pokémon ich nicht ich könnte das machen ich würde sicherlich Abnehmer finden möchte ich aber nicht und er das ist ein Unterschied ich Spoofe aber nicht auf eure Kosten und er ich zeige euch wie man Spooft und jetzt kommt alle her und kauft hier Kies bei mir zum doppelten Preis damit ich auch was davon habe das kann er ja machen wenn er glücklich dabei ist es geht es geht halt wie immer ums Geld ich würde mir schäbig dabei vorkommen ich würde das auf jeden Fall sein lassen hier diese ganzen blöden ach das sieht einfach aus wie ein richtiger Dulli Kanal in dem Sinne trotzdem die Aufrufe also die 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 man sieht das ja das das kommt diese Abos kommen von seinen Spoofer Tutorials aber ich glaube so eine richtig feste Community die sich für ihn interessieren hat er glaube ich nicht und wenn mal drei Dislikes kommen kann er sich nicht vorstellen dass das Video vielleicht einfach den Leuten nicht gefallen hat nein das müssen unbedingt Fanboys von mir sein und dass man sich beschwert 4000 Abos hat der äh der verbreitet hier so Zeug also mache ich mit 27.000 Abos nochmal Welle dafür dass auch jeder das Video sieht ich verlinke das Video ne und hier kommt rein in meine ganzen Sache hier werde jetzt auf Whiskys Kanal VIP Mitglied na günstige Spiele Guthabenkarten los gönn dir alles schön zack 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 es ist so ernst aber es sieht für mich wirklich so aus er nutzt diese ganze Situation nur für Promo man könnte denken ich nutze das für Promo weil ich von seinen 27.000 Abos profitiere aber ich glaube wirklich dass bei mir mehr Leute irgendwie sinnvoller hinter dem Kanal stehen als bei ihm irgendwas und schon allein Reaktion Aufklärung der Smiley boah das macht mich so wütend eigentlich will ich gar nicht hören was er sagt aber ich will ja verstehen wo jetzt ich Unwahrheiten verbreitet habe ja das tut mir wirklich leid wir sind bei 34 Minuten aber wir hören mal kurz rein ok es ist irgendwie mitten im Video losgegangen was mir sofort auffällt was ich positiv erwähnen muss er hat eine gute Kamera ja das ist alles schön klar und deutlich hat sicherlich eine bessere Kamera als ich aber ist ja auch klar denn wenn man so viel Geld verdient mit kleinen Kindern dann kann man sicher auch ordentlich Equipment kaufen auch dass da schärfer gezogen wird der Hintergrund unscharf ist und eher scharf ist passt wunderbar auf der anderen Seite das was ich eben ich habe wirklich als ich gehört habe Whisky Whisky hier Whisky da Whisky der Oberboss Whisky der Edman Whisky der über allem steht ich habe wirklich gedacht das ist ein richtig heftiger krasser Typ aber von diesem Anfang würde ich jetzt schon denken ich habe mehr Ausstrahlung als Whisky ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber guckt mal wie ich hier sitze und mit euch rede und einfach sag Junge was machst du da und ich sehe wie er da sitzt etwas unbeholfen etwas eingeschüchtert so wie er auch dann guckt in die Kamera neben die Kamera man denkt er fühlt sich komplett unwohl warum machst du das dann dann setz dich doch nicht dahin in die Öffentlichkeit und versuch zu sagen dass du dass du gemobbt wurdest von mir weil ich deine Gruppe als blöd empfunden habe weil ich dein Verhalten nicht tolerieren konnte und in diesen in diesen WhatsApp Gesprächen wie der sich gibt wie der schreibt wie der drauf ist er ist so der Obermacker und jetzt sehe ich ihn hier und denke mir was für eine kleine Wurst einfach nur Digga erinnert mich ein bisschen an Prime aber Prime stellt wenigstens was da Grüße gehen raus an Prime mein aber trotzdem jetzt weiß ich wie so viele Leute geschrieben haben ey Ramses guck dir das mal an ich musste so lachen und so wahrscheinlich waren es genau vier Leute die gelacht haben und deswegen gibt es auch vier Dislikes aber dass selbst Leute aus seiner eigenen Community sagen sie sind aus seiner Gruppe rausgegangen weil sie sein Mist nicht ertragen können dass Leute Statements schreiben und sagen der Ramses ist voll in Ordnung und so und bam das gibt es nicht in denen ihrer Welt aber gebt euch mal das ist für euch mal wieder am Start Leute heute gibt es mal ein ganz anderes Thema auf meinem Kanal was ich eigentlich wirklich nie gemacht habe bisher oder halt nicht in dieser Art es wird eine Art ja weil sich ja wahrscheinlich bisher auch noch niemand gewehrt hat gegen dich ja bisher hast du die Anonymität im Internet genutzt dass du dich da in deiner Gruppe verkriegst und dass du schreibst und zu jemandem sagst was interessieren mich deine dummen Kommentare und dann wird schnell rausgekickt aber was da für eine Person dahinter sitzt hinter solchen Aussagen weißt du so One on One Street Fight das müsste man mal organisieren Ramses vs. Whisky Promi Boxen Alter da wäre ich auf jeden Fall dabei und wenn ich kassiere egal Hauptsache wir stellen uns einfach mal dahin was ist das eigentlich für das ist komplett komm wir stellen uns einfach mal dahin dann trink mal Whisky zusammen nein aber ich will einfach nur wissen vielleicht ist er eigentlich ein korrekter Dude ich will einfach nur wissen warum ich Unwahrheiten verbreite obwohl ich nur seine Aussagen vorgelesen habe Statement Reaction wie auch immer ihr das nennen könnt ähm es geht heute um jemanden der gerne irgendwie anscheinend Hetze verbreiten möchte nein ich möchte einfach nur dass ich nicht als Arschloch dargestellt werde und in deiner Gruppe vorgeführt werde nur weil ich dich verbessert habe nur weil du behauptest Kobalium ist ein mystisches Pokémon und ich sage nein das ist ein legendäres ja aber man kann es nicht tauschen äh doch man kann es tauschen na wie hast denn das gemacht indem ich es einfach getauscht habe was interessieren mich deine dummen Aussagen äh ja klar ich hetze gerne und ich verbreite gerne Unwahrheiten genau ich habe nur korrigiert bis ich am Ende einfach rausgeschmissen wurde weil es heißt ich habe keine Ahnung oder irgendwelche Aussagen tätigen möchte die gegen mich sprechen und die gegen meine Community sprechen gegen dich und gegen Sven weil das die einzigsten zwei sind die mich respektlos behandelt haben und die einfach ohne Grund auf mich draufgegangen sind ja und das wird praktisch so eine kleine Videoantwort für euch damit ihr hier auf den Laufenden bleibt und ähm und damit ich schön noch ein bisschen hier von dem ähm von dem ganzen Thema noch ein paar Klicks kriege und noch ein paar Likes und äh nochmal Werbung machen kann für meine Gruppen damit noch mehr Leute die Nummern von meinen Mitgliedern sehen sagt in den seinen also in seinen Videos dass ich der Blender bin praktisch und ähm dass ich euch jetzt mit diesem Statement Video praktisch blenden möchte das kann ja jeder selber sich denken wer dann hier der Blender ist Hä? Wie konnte ich denn sagen dass du der Blender bist und mit diesem Statement blenden willst woher wusste ich denn vorher dass du ein Video machst ich hab nie im Leben damit gerechnet dass du ein Video machst weil du ja eigentlich wolltest dass die Sache aus dem Internet verschwindet wie kann ich damit rechnen dass du dann ein Video machst und die Sache erst recht noch weiter in die Öffentlichkeit rückst um noch mehr deinen Leuten in den Rücken zu fallen und deswegen weil ich ein Video mache seht ihr ja wer der richtige Blender ist wo ist denn jetzt die Argumentation du redest wieder irgendwas und deine Leute denken boah jetzt hat das ihm gegeben wo denn das ist so ein typischer Stefan-Rab-Witz alle lachen erstmal aber eigentlich wo ist der Sinn es gibt keinen die meisten von euch kennen mich wie ich bin welche Gruppen ich habe und was für Tätigkeiten ich gegenüber euch gemacht habe bei PG Sharp also es geht hier hauptsächlich nur um das Pokémon Go Spoofing Thema ich kenn ihn zum Beispiel nicht ich hab keine Ahnung wer er ist ich habe nichts von ihm verfolgt ich kannte ihn gar nicht ich war einfach nur in der Gruppe und als Svenny behauptet hat nee das ist so und so sagt Wiss dann hab ich gedacht hä naja dann irrt er sich wahrscheinlich weil das ist nicht so und dann doch wenn Wiss das sagt dann ist das Gesetz so gefühlt also ich hab doch nichts gegen denjenigen gehabt ich kannte denjenigen gar nicht wie kann ich was gegen jemanden haben den ich nicht kenne wie mir dann geantwortet wurde wie mit mir umgegangen wurde das fand ich richtig asozial ja das ist das Einzige und wenn er so extrem überheblich in seinen Gruppen ist und jetzt sitzt er hier so ganz unschuldig so kleines Würstchen mäßig und ähm was ist das denn wen willst du denn grad verarschen Digga ähm wir gehen gleich auf einen Kanal den vielleicht einige von euch kennen und gleich mal Abo dalassen und ähm im Prinzip möchte ich auf dieses Video reacten kann ich aber in dem Sinne nicht weil er in dem Video was getan hat was nicht wirklich rechtens ist und das weiß er auch ja aber warum verbreitest du dann das Video trotzdem selber noch jetzt indem du darauf hinweist und indem du das Video verlinkst dass nochmal 27.000 Leute da drauf gehen und das sehen was deine Meinung nach ja keiner sehen darf und soll wo ist der Sinn ich raffe es nicht schweift aber praktisch in der privaten Situation ab und ähm ja ich möchte einfach für euch nochmal ganz klar stellen um was es hier geht und das alles nach dem Intro schreckliches Intro wird übersprungen kriegt man schon wieder Ohrenkrebs warte mal ich muss hier weiter drücken in der Hoffnung es ist dann weg Whisky Hi Seite Leute wie gesagt es geht heute um ein ganz anderes Thema auf meinem Kanal ich habe euch versprochen in den nächsten Tagen kommt wieder ein weiteres Video wie ihr iPogo installieren könnt und das ohne PC und Digga wie oft denn noch hä du hast bestimmt schon 10 Videos davon gemacht aber es ist doch okay ich habe sogar erfahren dass auf meinem eigenen Discord Server ähm ein Video von ihm verlinkt ist von einem Mod von uns die zeigen wollten wie spooft man und dass jemand ein Video von seinem Kanal da reingemacht hat wie man mit iPogo spooft also theoretisch hat er ein Video gemacht welches wir supporten welches wir promoten welches wir bei uns verlinkt haben dass Leute die wissen wollen wie man spooft sich sein Video angucken können dafür auf sein Video gehen ihm Klicks geben und dass sein Tutorial benutzt wird um meinen Leuten zu zeigen wie die das machen das klingt doch eigentlich richtig schön und richtig toll das ist ja schon fast wie eine Kooperation wie eine Symbiose Zusammenleben zum gegenseitigen Nutzen ja trotzdem wusste ich das bisher nicht bis jemand gesagt hat ey das Tutorial bei uns ist übrigens auch von Whisky wusste ich nicht ist für mich jetzt ein Zufall finde ich eigentlich ganz interessant deswegen kann ja sein es ist okay wenn ihr den Leuten das Spoofen beibringt und das funktioniert obwohl viele sagen ich krieg's nicht gebacken aber das liegt wahrscheinlich an meiner Community selber aber dieses den Leuten gegenüber in der Gruppe schreiben wie er das schreibt das ist nicht in Ordnung hier macht er doch jetzt auch einen richtig normalen vernünftigen Eindruck habe ich nichts gemerkt beim Schreiben das war nicht er Digga war das dein Bruder ja dein Bruder dein Handy geklaut dann PG Sharp wie ihr das auch installieren könnt theoretisch auch mit einem Free Key zu nutzen damit ihr wirklich sag mal kostenlos spoofen könnt und das kommt dann praktisch in den nächsten Videos da wollte ich euch nochmal eine Info geben nichtsdestotrotz habe ich euch nochmal versprochen dass ich euch auch einen Key verlosen werde Digga jetzt nutzt doch nicht die Reaktion und ein Rage Video gegen mich weil ich so ein böser Mensch bin um hier einen Key zu verlosen es geht gerade darum also es ging auch unter anderem darum was du wohl sehr böse angesehen hast dass ich meinte wie ich gehört habe zieht er wohl kleine Kinder ab wenn er einen 5 Euro Key für 10 Euro verkauft und was macht er er sagt das stimmt ja gar nicht deshalb verlose ich jetzt erstmal einen Key das wirkt als ich will von dem Thema ablenken und damit ich als guter Samariter dastehe mache ich das jetzt kostenlos um zu zeigen was für ein guter Mensch ich bin es kann sein guck doch mal ich versuche alle Optionen durchzugehen es kann ja sein dass du sowas sogar öfters machst auf deinem Kanal wie gesagt ich kenne deinen Kanal nicht das ist das allererste Video was ich je von dir sehe es kann sein dass du das öfters machst es kann sein dass du in dem Sinne auch ein guter Mensch bist es kann sein dass das andere halt wirklich wenn die Leute das freiwillig bezahlen dann ist das ja den ihr Ding und dass du halt einfach für deine Produktion die du machst brauchst du ja auch Geld die Kamera kostet das ganze Equipment kostet hin und her und es ist nicht normal dass jeder alles uneigennütz macht viele wollen einfach was verdienen und auch was davon abhaben ein Stück vom Kuchen ja es muss nicht jeder so leben wie ich der immer nur an die anderen denkt und nie an sich selber trotzdem konnte ich nur das verwerten und mit dem rechnen was als Fakten auf dem Tisch schlagen für PG Sharp also schreibt einfach in den Kommentaren wenn ihr Android Nutzer seid ob ihr den Key gewinnen wollt oder nicht einfach einen Kommentar hinterlassen und dann weiß ich Bescheid dann wird das ganze per Zufallsprinzip ausgelost alles klar das machen wir jetzt erstmal erstmal machen wir einen Like und jetzt schreiben wir mal einen Kommentar hin Like ist da Nutze Android und würde gerne so einen Key gewinnen habe bisher keine Erfahrung mit PG Sharp aber würde würde es mir dann vielleicht mal anschauen oder an meine eigene Community verlosen vielleicht habe ich ja Glück PS eins deiner Spoofing Tutorials ist sogar bei uns im Discord verlinkt bitte danke für die Werbung beste Grüße Ramses der Dicke so ich glaube jetzt nimmt mich keiner mehr ernst egal ich habe nicht gedisliked ich habe sogar geliked mal gucken vielleicht gewinne ich ja einen Key vielleicht kann ich den an die Leute mit PG Sharp rausgeben Leute wie gesagt heute wirklich ein sehr sehr wichtiges Thema was mich persönlich heute angegriffen hat und es geht heute um eine Person des öffentlichen Lebens so wie ich es bin auf YouTube einige kennen den das heißt Ramses der Dicke und übrigens hat ein anderer Admin aus seiner Gruppe dann als wir es darüber hatten habe ich gesagt was denn bin doch Person des öffentlichen Lebens wenn der mich da schlecht redet in seiner Gruppe das ist Zerruf und dann der andere Digger du bist YouTuber du bist doch keine Person des öffentlichen Lebens dann habe ich zu Whisky gesagt Digger du weißt was dein Admin gesagt hat dass ich keine Person des öffentlichen Lebens bin dann bist du ja auch keine Person des öffentlichen Lebens und Whisky sagt was was labest du wir sind YouTuber wir sind Personen des öffentlichen Lebens also die sind sich untereinander nicht mal einig jetzt sagt er wieder ja das ist auch wieder gelogen und ich erfinde hier gerade was das war so man fragt deinen Admin da der gesagt hat ich mache mich lächerlich weil ich in meinen Gewinnspielen Zahlen verstecke und es immer komplizierter mache und das voll kacke ist andere machen normale Gewinnspiele wo man liken teilen abonnieren muss und das reicht vollkommen aber derjenige verfolgt meine Videos natürlich weiter weil er mich eigentlich nett findet also weiß ich das ist für mich alles komplett verkehrte Welt und ähm prinzipiell kannte ich ihn überhaupt nicht bis zum heutigen beziehungsweise gestrigen Tag wir haben jetzt 2.05 Uhr ich nehme das jetzt um 2.05 Uhr auf weil ich einiges an Papierkram erledigen musste dass ich ich nehme es um 16.56 Uhr auf aber gleiche Situation erkannte mich nicht ich kannte ihn nicht aber ich war bei ihm drin in der Gruppe wo ich herein bin weil ich eingeladen wurde nicht von ihm aber von dem anderen Admin wohl wie sich jetzt raus gestellt hat der dann gesagt hat er verfolgt meine Videos weiter aber er findet das doof die ganze Aktion jetzt so und den Stress ja überhaupt hier was machen kann ich habe auch schon mit YouTube gequatscht und das ganze ist praktisch was da vorgefallen ist in dem Video nicht also ich sag mal rechtswidrig ihr wisst was ich mein aber da es ist nicht rechtswidrig hast du dich schon wieder versprochen Bruder entweder ist es nicht rechtens weil es rechtswidrig ist wenn du aber sagst es ist nicht rechtswidrig heißt es ja es ist nicht gegen das geltende recht also ist es ja erlaubt ich glaube es kommt vieles zustande weil Whisky einfach redet und gar nicht mitkriegt was er sagt es ist nicht rechtswidrig du weißt was das bedeutet das möchte ich jetzt belassen es geht auch wie gesagt hier um diesen youtuber der bei uns in der whatsapp gruppe mit dabei war anscheinend und in der telegram gruppe das ist dieser ramses der dicke wie in der telegram gruppe in der telegram gruppe war ich nie oder wie ist in eurer telegram gruppe das siehste da ist die erste lüge es kann ja sein er ist davon ausgegangen dass wenn ich in whatsapp war schickt zur whatsapp gruppe und gesagt wäre cool wenn du da auch reinkommst bin ich da rein und er sagt ich war da und da ist ne lüge digger lüge doch nicht ihr essen pokemon musik scheiße ähm keine ahnung was ja das beschreibt es doch alles richtig gut es ist halt sein titel denke ich mal wird schon passen auf jeden fall leute es geht darum in der pokemon go gruppe wurde es gesagt und das habe ich euch auch mehrmals schon bestätigt und das habt ihr auch in videos gesehen dass shiny raid pokemon angeblich zu 100 prozent immer drin bleiben mit einem ball das mag der realität wirklich so sein wenn man legit spieler ist das möchte ich gar nicht bestreiten okay aber ich bin nicht der einzige von viel ach jetzt geht es plötzlich um legit und dann kann es ja wirklich nur sein dass er einen cooldown hatte obwohl wenn du einen cooldown hast kannst du ja eigentlich gar keinen raid machen weil du dann direkt schon aus der lobby fliegst oder wenn er sich zu schnell bewegt auf der autobahn und er was anklickt und fangen will dass das rausfliegt okay hat er nie dazu geschrieben er hat nie die situation erklärt in welcher er es geflohen ist er hat auch nie einen link geschickt von einem video oder irgendeinem beweis dazu jetzt redet er sich raus oder was ich meine ich habe gesagt ich glaube nur das was ich selbst gesehen habe dann hätte er mir doch einfach mal wenn er gerade sagt das hat man in vielen videos schon gesehen oder irgendwas einfach mal einen link gezeigt wie das gewesen ist und dann weiß man ja auch warum das so gewesen ist aber man kann nicht einfach sagen ja das die können fliehen weil sie können eigentlich nicht fliehen wenn du wirklich das spiel komplett kaputt machst dann kann es fliehen klar aber das ist doch nicht die regel oder ist es jetzt wirklich so jedes wort wird auf die goldwaage gelegt dass man sagt nein das flieht nicht aber wir suchen die lücke dass es fliehen kann wenn du auf der autobahn nachdem du einen raid boss hast versuchst zu fangen und du bist zu schnell und das gps geht weg also habe ich den beweis es kann fliehen und das dann einfach allgemein behaupten dass das so ist das ist schon ziemlich dreist wenn man das so auslegt den anderen als spoofer die ein shiny raid pokemon nicht fangen konnten und warum das so ist kann verschiedene hintergründe haben es kann sein dass der cooldown nicht richtig beachtet worden ist will der mich jetzt verantwortet das habe ich doch selber das habe ich doch selber das habe ich doch selbst das haben wir selber alle gesagt in unseren videos in unserer auflistung dass das immer drin ist und wenn es ihm geflohen ist dann hat das andere gründe und die anderen gründe die kann nur er selber wissen warum es ihm geflohen ist warum es bei ihm nicht gepasst hat, er kann aber nicht einfach behaupten, dass die nicht beim ersten Ball drin sind und dass die fliehen können und das so und so und sonst was und keine Ahnung und alle dann Angst haben, scheiße ich muss jetzt, wenn er was verkackt hat und deswegen durch einen Fehler, das geflohen ist, dann ist das nicht die normale Regel die normale geltende Regel, ja und jetzt stellt er sich hin es kann unter bestimmten Voraussetzungen ja eigentlich doch, warum hast du so denn nicht in deiner Gruppe geredet, warum hast du das denn nicht in der Gruppe geschrieben, warum kamen diese Argumentationen nicht, hä du erklärst dich jetzt zu was, was ich dir erklärt hab das was ich dir gesagt hab, sagst du jetzt dass vielleicht Cooldown nicht gepasst hat ich hab das selbst in der eigenen Gruppe geschrieben auch mit dem, dass er das Viridium nicht tauschen kann Cobaltium nicht tauschen kann hab ich gesagt, vielleicht hast du nicht genügend Staub gehabt vielleicht warst du in der Zeitzone, wo der Tag noch davor war und du hast vielleicht schon getauscht gehabt an dem Tag und es war nach 0 Uhr und du hast gesagt es geht nicht tauschen, aber weil du an dem Tag den Tag schon weg hattest, es gibt immer so viele aber man kann es tauschen und jetzt, das ist doch keine und dann heißt es schön, dass du mal was, schön, dass du mal aufgeklärt hast wie der drauf ist was drauf ist man er kommt jetzt und erklärt warum er sich vertan hat dann ist doch aber Fakt ich habe die Wahrheit gesagt er hat sich vertan beziehungsweise bei ihm war es ein extremer Sonderfall, dass er was verkackt hat selber, wo er trotzdem aber gar nicht weiß warum, deswegen sucht er jetzt mehrere Gründe warum er muss doch wissen in dem Moment was er gemacht hat ob er einen Cooldown hatte oder ob er auf Autobahn war, war zu schnell oder ob sein GPS weg war in dem Moment beim Werfen, kann auch mal sein ist oder man sich in dem Moment als man das Shiny Raid Pokémon mit einem Spoofer praktisch also wenn ich jetzt ein Saragossa bin und ich bin praktisch dort drin in einem Raid und möchte das Pokémon fangen und der Spoofer schaltet kurz einen Moment aus was sehr sehr oft passiert bei I-Spoofer war das so bei I-Pogo ist das ab und zu mal so und bei Piggy Sharp ist das auch so dass es manchmal einfach ganz kurz zurück teleportiert viele von euch kennen dieses Problem und das hat jeder dritte oder vierte und genau dieses Problem hatte ich in dieser Situation wahrscheinlich wahrscheinlich ja sicher irgendein Problem muss es ja gegeben haben aber warum schreibst du dann nicht dazu mir ist mal eins geflohen weil mein GPS weg war oder mein Dings und so das gibt doch keine Verwechslung einfach so wenn ich sag ja ne die bleiben immer drin und dann ja eigentlich aber wenn das GPS weg geht kann es auch fliehen oder wenn der Spoofer sich zurück teleportiert kann es fliehen das sind doch klare Worte das sind doch klare Aussagen die versteht doch jeder Mensch aber dann zu sagen nein mir ist eins geflohen also die können fliehen und mh und bla und ich sag ja da gibt es bestimmt tausend Gründe was da dann glaubst halt nicht ich weiß doch was ich gesehen habe und ich denke was ist denn das für eine Argumentation wie ein kleines Kind und jetzt ist es ja ganz normal und das ist ja unter diesen Umständen ja so sein kann und es war bestimmt hier und da jetzt kann er plötzlich vernünftig und normal reden alles klar und dadurch ist dann praktisch mir ein hunderter shiny Pokémon im Raid geflüchtet und ähm ich habe 16 Bälle gleich nochmal ein Kommentar drunter schreiben hunderter shiny geflogen mein Beileid so gehabt zwei habe ich dann eben getroffen weil ich dumm zum schmeißen bin bin ich ganz ehrlich 14 habe ich also getroffen ja aber guck du wer ich bin zu dumm zum schmeißen so eine Aussage sieht er nimmt sich ja jetzt gar nicht mal so als Überking wahr er tut sich selbst ein bisschen sich über sich selbst lustig machen das ist doch vollkommen okay in so einem Moment ist mir dieser Typ richtig sympathisch sogar dieses ja zwei habe ich daneben weil ich zu dumm zum werfen bin so Junge warum warum sitzt er jetzt hier und ist ein komplett anderer Mensch als in seiner Gruppe ich verstehe es nicht vielleicht sollte er immer alles was er sagt und behauptet in Videos sagen dann kommt das auch ganz anders an das was er jetzt sagt ergibt alles Sinn aber es heißt trotzdem nicht dass ich Unwahrheiten verbreitet habe er erklärt ja jetzt nur warum sein Pokémon geflohen ist was er ja in der WhatsApp Gruppe hätte erklären können aber nicht gemacht hat und jetzt macht er ein Video das um meine Unwahrheiten aufzudecken Unwahrheiten die weiß ich nicht aber vielleicht kommen wir ja erst noch dazu aber bis jetzt stimme ich ihm bei allem zu was er sagt dass das sein kann natürlich hier und so und da aber das ist nicht die geltende Regel und beim letzten Ball ist es dann geflüchtet es war ein shiny Pokémon und es ist geflüchtet und das ist das zweite Mal jetzt gewesen einmal war es bei ähm wo war es noch mal bei einem Giratina Raid das normale die Giratina ich kenne das nur von Zeiten von FGL Pro ich weiß nicht ob er FGL Pro kennt oder damit schon mal zu tun hatte bei FGL Pro war auch manchmal das Problem wenn du an einem Ort gestanden hast dass das GPS dann wegging und du musstest erst den Stick ziehen und dich ein Stück bewegen dass sich das GPS wieder findet und du dann ähm ja wieder normal weiterspielen kannst manchmal war das so dumm du stehst in der Lobby die Zeit läuft runter und bei 5 Sekunden kommt plötzlich oben die Meldung GPS Signal nicht gefunden und du denkst nein du ziehst deinen Stick und es wirft dich aus der Lobby beim Start weil das GPS gerade nicht da ist und so kann das ja auch sein du wirfst plötzlich geht das weg und zack aber bei FGL ja deswegen FGL Pro haben viele drauf geschworen weil das kostenlos war ohne Route ging und auch eigentlich sicher war sicherer als Ice Spoofer aber irgendwie war es auch sehr umständlich sage ich mal dazu ja China normale Urform in Shiny da ist es mir geflüchtet nach alle Bälle die ich getroffen habe dann habe ich mir gedacht das kann ja wohl nicht wahr sein das ist jetzt aber auch schon ein paar Monate her da wo ich denke mal da wo dieses Giratina Event war ihr wisst was ich meine von den Pokémon Go Events da ist es passiert das habe ich dann auch in der Gruppe reingeschrieben und haben alle geschrieben das kann ja nicht sein so ja eigentlich kann es nicht sein das kann auch nicht wirklich sein dass ein Shiny Raid Pokémon flüchtet ähm und jetzt vor kurzem ist es mir das mit Cobalium passiert bei dem Cobalium Event praktisch mit den mit den drei legendären Tieren da ähm es war ein Schein die legendären Tiere ich denke Cobalium ist mystisch Bruder Jakob ich habe 14 Bälle getroffen von 16 Bälle und es ist geflüchtet und das habe ich dann nochmal in die Gruppe geschrieben weil die gefragt haben hast du es gefangen oder hast du es nicht gefangen ich habe gesagt nee habe ich nicht gefangen es ist geflüchtet und dann muss dieser YouTuber hier der Ramses der Dicke das dementiert haben nee das ist nicht so das du erzählst scheiße das ist ich habe nie gesagt du erzählst scheiße ja außerdem habe ich mit ihm gar nicht geredet Svenny hat seinen Svenny kam an und hat gesagt dass ich keine Ahnung habe die können fliehen weil irgendjemand gefragt hat und ich habe gesagt nö die bleiben einfach drin und dann kam Svenny und Svenny war der Allwissende der gesagt hat nein die können auch fliehen und fertig und zack und dann als Beweis hat er einfach einen Punkt an die Aussagen von Whisky gemacht so dass die unten erscheinen und dann habe ich gesagt und weiter ich habe gesagt kann ja sein dass es ihm geflohen ist das kann aber viele Gründe gehabt haben vielleicht Cooldown nicht eingehalten oder sonst was aber es bleibt eigentlich immer drin und Sven hat weiter Nachrichten zitiert von oben wo drin stand dass das ja das Kobaltium ja mystisch ist und dann habe ich gedacht hä ihr sagt ich habe keine Ahnung und jetzt zeigt ihr mir solche Nachrichten wo so viel Unwissenheit drin steht ich habe nirgendwo Whisky angesprochen und gesagt du erzählst scheiße ja das ist schon die zweite Lüge in dem Video so viel dazu und wenn dann soll er bitte den Screen veröffentlichen wo auch immer keine Ahnung wo dort steht dass ich gesagt habe du laberst scheiße einfach nicht der Wahrheit das kann nicht sein und den Chat gibt es auch noch in der Whatsapp Gruppe den ich jetzt nicht öffentlich teilen werde wer ihn hat der kann ihn gerne reinstellen aber ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben weil ja macht das mal bitte zeigt mal bitte dass ich zu ihm dass ich zu Whisky geschrieben habe er labert scheiße die Whatsapp Gruppe habe ich aufgelöst damit das nicht ein zweites Mal passiert ich erzähle euch auch warum ich diese Whatsapp Gruppe auflösen musste obwohl ich glaube seit 3 oder 4 Monaten ist die Gruppe öffentlich und da gab es keine Probleme bis hier diese Person reinkam so ähm ja bis ihr mich halt für dumm verkauft habt und das alles wegen nichts dann würde ich ja jetzt sogar so weit gehen und sagen dass Svenny eigentlich der Auslöser war weil wenn er oben unabhängig von dem Gespräch unten nur geschrieben hat dass ihm das zum zweiten Mal passiert ist dass das geflohen ist wegen GPS oder sonst was keine Ahnung und ein anderer dann fragt ob solche unabhängig von dem Gespräch ob legendäre Shinies immer drin bleiben und ich sag jo bleib mit dem ersten drin kannst du ne gelbe Beere nehmen und dann kommt Svenny das stimmt aber nicht die können fliehen und lässt das einfach so im Raum stehen ich weiß doch nicht was die vorher besprochen haben ich sag nur nee dann muss es andere Gründe haben ja und dann nee das ist mir auch schon passiert dem Whisky ist es passiert mir ist es auch schon passiert einfach so ohne irgendwas dazu zu sagen dann müsste Svenny ja auch äh GPS Drift Fehler gehabt haben hat er nicht gesagt was bei Wiss das Problem war hat er nicht gesagt also man könnte denken dass Sven wirklich jetzt der Übeltäter war weshalb alles aus dem Ruder gelaufen ist weil Wiss kannte meine Aussagen nicht ist dann nur dazu gekommen hat gesehen dass ich mich aufgeregt hab dass ich als unwissend hingestellt werde und dass ich keine Ahnung hätte hat das dann so gesehen als ob ich sag dass er der dümmste Mensch der Welt ist dass er keine Ahnung hat aber von seinen eigentlichen Aussagen dass er wohl fünf Jahre vorher gesagt hat ihm ist schon mal eins geflohen wegen GPS trifft davon war nichts da aber zu mir einfach sagen nein die können immer fliehen das ist auch Mist das ist das stimmt einfach nicht dann hättet ihr doch das einfach so geschrieben aber dafür war ja keine Zeit man musste ja lieber die Leute auslachen und sagen dass man keine Ahnung hat und bla anstatt wirklich mal bei dem Punkt zu bleiben um was es ging wie gesagt ich weiß nicht wie er in Real Life ist aber ich gehe mal davon aus dass so wie er mit mir im privaten Chat geschrieben hat er auch dann so im Real Life ist so schätze ich ihn gerade ein wie habe ich denn im privaten Chat mit dir geschrieben du hast gelacht und hast dich über mich lustig gemacht hast mich nicht ernst genommen und ich habe dich gefragt warum und ich verstehe es nicht und was das soll und wie man so sein kann das heißt ich war ein sehr besorgter Mensch der sich auf den Fuß getreten auf den Schlips getreten gefühlt hat und du standest einfach über mir und hast mich ausgelacht die ganze Zeit und jetzt stehe ich hier bin übelst angepisst dass du es mit mir gemacht hast auf die Art und Weise und du gibst dich hier als kleiner unschuldiger Junge der nicht verstehen kann warum ich so böse und gehässig sein kann das ist für mich verkehrte Welt wir sind auf keinen Nenner gekommen in dem Video was er da gemacht hat ähm das ist einfach unterste Schublade und wie gesagt er hat das in der WhatsApp Gruppe dementiert und hat gesagt nein Wiz das stimmt nicht das kann nicht sein ein hunderter beziehungsweise ein hundertprozentiges Shiny Pokémon von Raid bleibt 100% mit einem ersten Ball drin ich habe gesagt nein bei mir ist das nicht so gewesen und ich habe auch gesagt als Spoofer muss man mit dieser Konsequenz rechnen hast du nicht gesagt hast du nicht gesagt dritte Lüge nicht als Spoofer muss man mit dieser Konsequenz rechnen das ist doch meine Grundlage wenn was flieht dann vielleicht weil ihr mit der App nicht klarkommt oder weil ihr euren Cooldown nicht einhaltet da gab es im Cooldown kann man ja nicht mal raiden also hat es mit dem Cooldown nichts zu tun gehabt ich weiß nicht ob es deine Worte waren ich weiß nicht ob es Svennys Worte waren ihr habt mir gesagt mit dem Cooldown hat das nichts zu tun jetzt sag nicht dass du schon da das mit dem mit der Spoofer App reingebracht hast ihr habt nichts von der Spoofer App gesagt und ich habe nicht gesagt ach drei wir merken uns mal drei dass es passieren kann im schlimmsten Falle dass es wirklich im schlimmsten Falle wie detailliert der jetzt ja darauf eingegangen ist komisch in dem WhatsApp Verlauf wer in dieser lustigen Gruppe ist steht nur drin äh ich mache dumme Aussagen sonst was und jetzt schreibt er sich hier hin im schlimmsten Falle kann das passieren dass es flieht wenn man spooft wie so ein ja nee ich versuche dir das zu erklären und das kann ja so sein und alles und hin und her und bla in deiner WhatsApp Gruppe warst du nicht der der du jetzt bist in deiner WhatsApp Gruppe hast du gesagt dass ich dumme Aussagen bringe Svenni hat auch gemeint dass ich keine Ahnung habe ihr habt überall geschrieben ich verbreite Unwahrheiten und Lügen und sonst was und jetzt plötzlich eurer Community auf YouTube vorgaukeln dass ich der Böse bin genau ich passieren kann dass man ein hunderter also nicht hunderter sondern ein Shiny Raid Pokémon nicht zu 100% als Spoofer fangen kann vielleicht als Spoofer als Spoofer dieser Zusatz als Spoofer stand nirgendwo hat niemand gesagt ich habe gesagt vielleicht gab es Probleme beim Spoofen vielleicht funktioniert es beim zweiten Spoofer jedes Mal beim dritten Spoofer funktioniert das wieder nicht ich war anscheinend einer von diesen drei Spoofern wo es nicht funktioniert hat ok habe ich mir nichts dabei gedacht es ist nur ein Spiel ich habe das in meiner Gruppe ja und ich meine gut ihr nutzt PG Sharp oder sonst was habe ich noch nie benutzt wie das da ist mit hin und her springen dass der seinen Standort wieder zurück versetzt oder irgendwas habe ich nicht und ich habe nur gesagt ich sehe sowas ich ich glaube sowas nur wenn ich es selber gesehen habe und wenn ihr sagt das ist schon so oft passiert bei so vielen Leuten gibt es denn nicht irgendwo ein Video davon anhand des Videos sieht man doch dann vielleicht warum es geflohen ist oder in welcher Situation aber das wollte keiner mit mir klären spätestens da hätten sie sagen können ja das lag sicherlich auch am GPS oder sonst was und dann heißt es ja dann glaub es halt eben nicht da war nichts von wir versuchen es dir zu erklären dass das eine spezielle Dings war dass man eben auf einen Nenner kommt nein da war einfach nur abblockieren und mich als Idiot darstellen dass ich Schwachsinn laber weil ihr es besser wisst und das kann doch nicht sein dass wegen nichts dann sowas entsteht ja wenn jetzt so vernünftig argumentiert wird reingeschrieben in meine WhatsApp Gruppe und in meine Telegram Gruppe damit die Leute einfach wissen hey das kann ja kann möglich sein dass das Pokémon nicht zu 100% drin bleibt und das ist einfach nur eine Info gewesen ich habe nicht gesagt dass es offiziell bestätigt worden ist dass es nicht so ist das habe ich nicht gesagt das nächste ist ich habe ich selber habe keine Information darüber gefunden dass wirklich Shiny Raid Pokémon zu 100% drin bleiben ich habe dazu jetzt kein offizielles State Digga selbst Schilling sagt das in jedem Video meinst du Schilling hat keine Ahnung und Schilling verbreitet Unwahrheiten was willst du dann eine offizielle Meldung die im Internet irgendwo steht wenn das das ist einfach allgemein bekannt du kannst doch nicht sagen du ja gut ich sage auch ich glaube nur das was ich sehe aber bei so vielen Raids habe ich es ja gesehen und deswegen weiß ich dass das so ist und diejenigen die Raiden und viel Raiden wissen auch dass das so ist und der Schilling hat es bestätigt und gesagt dass das so ist auch wenn das von Niantic keine offizielle Aussage dazu gab es ist einfach so und du sagst ja selber auch es ist so im Normalfall aber wenn man spooft und Probleme hat mit dem GPS dann kann auch mal was aus dem Ball springen was eigentlich nicht rausspringen dürfte gebe ich dir doch recht mit gefunden wenn es da was gibt dann poste ich das euch nochmal in die Videobeschreibung rein und korrigiere das nochmal also ich selber habe das nicht gefunden gehabt aber vielleicht nach dem Video in den Kommentaren werdet ihr denke ich mal vielleicht einen Link finden wenn ich was offizielles von Niantic finden würde also von Niantic Niantic kündigt nicht mal an dass das und das shiny sein kann im Event und sagt einfach ach wir machen Event aber Incognito gibt es nicht als shiny dann geht das Event los die ersten Leute finden es als shiny und dann nachträglich sagt Niantic ach na gut dann war es halt doch shiny Niantic du kannst eh nicht auf Niantic vertrauen ok jetzt haben wir das von der Welt abgeschaffen ich habe euch jetzt gesagt um was es hier geht es geht einfach nur um diese Dementierung und daraufhin wurde er von der Gruppe dann verwiesen weil ich bin ehrlich Svenny hat mich direkt rausgeschmissen ja Leute ich hasse Klugscheiße ja Klugscheiße wer scheißt denn hier klug Digga wir haben beide die gleichen Abneigungen aber in dem Moment sieht es aus wie du kannst mich nicht leiden ich kann dich nicht leiden weil wir beide den anderen den den Buhmann zuschieben und sagen der andere scheißt klug ja und ich habe zu Sven meine letzten Worte waren doch irgendwas mit nur weil es bei euch so war aus welchem Grund auch immer könnt ihr nicht einfach behaupten dass das immer so ist und dass das immer so sein kann es muss einen Grund dafür gegeben haben dass das so ist und dann wenn ihr eh alles besser weiß was willst du denn hier hä wer so redet der will doch gar nicht den Grund herausfinden warum das so ist der will nichts erklären das war einfach nur Rumgezicke von eurer Seite aus was willst du denn überhaupt noch hier das waren Svennys Worte auch jetzt sagt doch nicht boah wir mögen keine Klugscheißer wir haben das sachlich geklärt und in Ruhe nichts ich Klugscheiß jetzt auch nicht ich habe nicht gesagt dass ich zu 100% recht habe aber ich weiß nicht in dem Moment war er einfach nicht nein du hast gesagt was interessieren mich denn deine dummen Kommentare das hast du gesagt und das steht auch direkt im Verlauf nicht freundlich mehr zu den anderen andere haben sich auch schon angegriffen gefühlt es gibt zwei drei Leute in meiner Gruppe die sich von ihm nicht wohl gefühlt haben mit seiner Aussage wie er dann mit den Leuten umgegangen ist also mit den Leuten die einzigen mit denen ich geschrieben habe die einzigen um was es ging warst du und Svenny es gab sogar einer der mir recht gegeben hat und jetzt sagst du die anderen haben sich von mir haben sich nicht mehr wohl gefühlt weil ich die angegangen bin oder irgendwas habe ich entschieden ihn von der Gruppe zu entfernen also du hast mich rausgeschmissen weil du einfach der Wahrheit nicht ins Auge blicken konntest und dich in deiner Autorität übergangen gefühlt hast weil du bist der große allwissende Admin ich habe gesagt nee da hast du dich vielleicht vertan wie mit dass man Cobalium nicht tauschen kann dass Cobalium ein mystisches ist und das hat euch genervt dass da irgendein Spasti ankommt und euch noch was beibringen will oder euch korrigiert es gibt so Leute die fühlen sich dann übelst auf den Schlips getreten und deswegen wird man entfernt man wird rausgekickt man wird einfach entsorgt und dann wird man ausgelacht und das habe ich gezeigt am Anfang wirklich dass ihr einen ausgelacht habt einfach so wo ich noch nachgefragt habe ja was wie wo das bedeutet auch er hat ja auch gesagt ich habe ihn eingeladen ich habe den Typ nicht eingeladen ich kenne ihn gar nicht ja ich habe gesagt ihr habt mich eingeladen in eure Gruppe wo du gesagt hast ich bin von mir aus da reingekommen woher sollte ich wenn ich dich nicht kenne aber deine Gruppe kenne irgendjemand aus deiner Gruppe das habe ich auch in meinem Video nochmal gesagt selbst wenn du es nicht warst irgendjemand kam an und ey hier ich mache auch Videos auf YouTube und habe da eine Gruppe und so und bla und keine Ahnung deswegen dachte ich dass du das bist weil du ja der Admin bist und weil du ja Videos auf YouTube machst wie es in der Beschreibung stand ich kannte den Kanal nicht und dass du mich da eingeladen hast aber mir hat jemand den Link gegeben und gefragt ob ich da auch mit rein möchte und hat mich eingeladen dazu so das habe ich auch so gesagt das habe ich auch so klargestellt dass ich erst in eure Gruppe geladen werde nur um dann beleidigt zu werden und vorgeführt zu werden und das das habe ich nicht verstanden ja ich habe ihn jetzt erst kennengelernt und wie er ist von dieser Reaktion was er da gebracht hat das ist es geht hier um dieses Video die beste Pokémon Go Spoofer Gruppe nicht das habe ich mir nicht ganz angeguckt weil ich konnte mir das gar nicht mehr angucken das Video geht ungefähr 24 Minuten und ja dann wirst du dir das ja auch nicht angucken denn das geht schon eine Stunde 16 Minuten ich glaube bei 3 Minuten oder so habe ich dann irgendwas gesehen wo dann das komplette Fass zum Überlaufen gebracht hat ja nach 3 Minuten der hat mich kaputt gemacht ich muss das Video ausmachen wo wirklich dann viele Leute in der Gruppe geschädigt worden sind und darum geht es jetzt ähm ich weiß nicht was er damit erreichen will ich habe keine Ahnung ich denke mal durch meine Reaktion jetzt bekommt dieser Typ auch nochmal ein paar Klicks das kann er ja von mir aus gerne haben mhm du bekommst ja wahrscheinlich Klicks durch meine Reaktion vor allem dieser Typ bekommt Klicks du was willst du denn erreichen dass du mein Video nochmal extra verlinkst ich meine wenn du es schon dort nicht zeigst damit man die Nummer nicht sieht verlinkst es aber dass alle Leute jetzt durch dein Video auch dahin kommen also was willst du denn damit erreichen hätte es nicht gereicht du hättest dich Vollbild gefilmt und hättest einfach erzählt dass du keine Kinder abziehst dass du nie irgendwas behauptet hast dass du dass du der liebste und beste Mensch auf der Welt bist hätte doch gereicht als Rechtfertigung mit deinem kleinen äh Bubi-haften Erscheinungsbild was so aussieht wie ich ne dann hätten dir die Leute das doch abgenommen warum verlinkst du das Video denn unten drunter und dust deine ganzen Leute sozusagen auf das Video aufmerksam machen und auf das Video hetzen wenn du ja nicht willst dass das Video jemand sieht was willst du damit erreichen und ich wollte gar nichts erreichen ich wollte einfach nur zeigen wie ekelhaft Menschen sein können wie charakterlos wie wie sich Leute auf den Schlips getreten fühlen und von oben herab sind und ein Auslachen und sowas hasse ich solche klugscheißenden äh egoistischen besserwisserischen charakterlosen ja äh das ist ich kann mit sowas einfach nicht umgehen ich glaube darauf ist er hinaus sein gegönnt ist mir auch relativ egal die Konsequenz die er dann in den nächsten Tagen tragen muss muss er ja wissen er findet es ja äh scheißegal ihm juckt das nicht also steht ja hier scheiße ihm ist es alles egal und auf normalem Wege konnte ich mit ihm keine Lösung finden also praktisch auf normalem Wege weil ich zweimal blockiert wurde als ich gefragt habe wo bitte jetzt Rufmord betrieben wurde und wo ich bitte Unwahrheiten verbreite und wo bitte Morddrohungen stattfinden und ich wurde zweimal wieder blockiert und auf normalem Wege konnten wir uns nicht einigen wenn du nicht mit mir redest weil du immer nur sagst nimm das Video runter ich glaube du du kommst meiner Bitte nicht nach ich ignoriere absichtlich alle Fragen von dir ich möchte nicht mit dir reden ich will einfach nur dass du das runter nimmst ja und jetzt mache ich schnell ein Video dazu weil gib mir ja auch Klicks irgendwo ja wo wolltest du denn was normal klären wenn du jeder Frage ausgewichen bist du kommst an du willst was von mir ich kann dem nachgehen oder nicht nachgehen ich wollte aber erst mal mit dir reden und gucken wie das Gespräch verläuft ob du einsichtig bist dass es nicht richtig war von mir weiß ich dass ich mich nicht anders wehren kann ist halt scheiße von mir gebe ich zu aber du wolltest nichts klären du wolltest einfach nur dein Ding durchsetzen und du hast nicht mal zugehört es war dir komplett egal dass ich mit ihm privat geschrieben habe und versucht habe mit ihm eine Lösung zu finden das funktioniert leider nicht ja in dem Video was er gemacht hat also praktisch dieses Video gegen meine Gruppe und explizit gegen mich weil er mich ja da auch im Video ab und zu erwähnt ähm hat er die ganzen Nummern von der WhatsApp Gruppe die ich öffentlich ja hatte preisgegeben in einem Video es sind nicht alle Nummern es ist nur in dem Moment wo ich gerade deine Aussagen vorgelesen habe dass man deine Nummer sieht und wenn ich die Aussagen von Sven vorgelesen habe dass man Svens Nummer sieht und wenn dazwischen eine Nachricht war von jemand anderem wurde das leider Gottes auch äh war auch zu sehen aber theoretisch könnte man das ist die vierte Lüge ich habe alle Nummern von allen Leuten aus der ganzen WhatsApp Gruppe preisgegeben stimmt ja auch wieder nicht es haben ja nicht alle Teilnehmer in diesem Feld alle ihr eine Nachricht kurz reingeschrieben dass man alles sieht also die vierte Lüge was heißt das da er eine höhere Reichweite hat er hat jetzt hier 4430 Abonnenten er hat zwischen 500 sagen wir mal 250 und 2000 Klicks wenn ich mir hier so ein paar Videos angucke hier trinkt er ein Bierchen da hat er 166 Digga das ist Car Classic Juicy Drinks ja das ist kein Bier außerdem ist das Ramses Kitchen das hat eh nie Klicks das ist für Hardcore Fans Car Classic Juicy Bier Klicks nur ähm sagen wir mal zwischen 250 und 2000 Klicks also er hat schon eine etwas klingt auf jeden Fall gut vor allem erst bin ich eine kleine Wust und jetzt tut er das so dass ich ja so viel Reichweite hab und deswegen dass das so gefährlich ist aber dass er mit seinen 27.000 Abonnenten und ich angeblich bei ihm nur Fame abstauben will dass er deswegen den Leuten keinen Gefallen tut wenn er das Video jetzt weiter verbreitet und verlinkt weil dadurch dann alle anderen Leute ja ich hab's schon fünfmal gesagt höhere Reichweite als gewisse andere YouTuber ja sogar manchmal hat er bei einigen Videos sogar eine höhere Reichweite als ich sein gegönnt aber das danke Bruder Problem an der Sache ist in dem Video wo er gegen mich hier irgendwas sagt oder halt dieses Thema reinwirft hat er die ganze Gruppe gezeigt in dem Video nicht die ganze da wurden die ganzen Nummern wäre Lüge Nummer 5 aber ist ja dasselbe wie die 4 was einfach nicht geht das geht einfach ist auch nicht richtig ist auf jeden Fall nicht schön sowas nicht und ja die Gruppe ist öffentlich ist mir schon klar aber die Nummern sind nicht öffentlich irgendwo auf einer Seite angegeben dass man die rauspicken kann und praktisch auf dem Servierteller dann irgendwo anrufen kann aber ne man muss ja nur auf den Link von der WhatsApp Gruppe klicken und dann ist ja alles gesammelt als Servierteller genau das hat er also es ist nicht schwer in die Gruppe zu kommen wenn er selber sagt das ist eine öffentliche Gruppe mit einem öffentlichen Link wie er es zuletzt geschrieben hat bevor ich rausgeschmissen wurde mit dem Video gemacht und das Video erregt ja schon einige an Aufruhe Kommentare und wenn man ich gehe jetzt mal auf das Video drauf ich hoffe jetzt muss ich das kurz zensieren jetzt drückt er ach siehst ich hab's gewusst er hat's gedisliked er hat's gedisliked in dem Video hier weil dann sieht man das äh ich hoffentlich lade das jetzt so mir geht's jetzt halt nur um die Kommentare und ähm ja jetzt will er glaube ich die Leute beleidigen die da kommentieren weil die alle dumm sind und keine Ahnung haben und alles kleine Mitläufer ist halt so wer ihn nicht gut findet ist halt gleich automatisch dumm oder was willst du jetzt sagen ich finde dann sowas hier von den Kommentaren bei den Nummern wird heute mal angerufen vor allem bei Sven ja das ist ein Moderator bei mir gewesen oder ist bei mir Moderator ja Sven haben wir ja schon festgestellt ist derjenige der überhaupt schuld ist an der ganzen Sache Sven ist der der am negativsten von allem war Sven war negativer als du selber Sven war der der den ganzen Streit ins Rollen gebracht hat Sven war der der deine Aussagen aus einem Zusammenhang gerissen hat und gegen mich gestellt hat und seine eigenen dazu gedichtet hat um mich bloß zu stellen und als Idiot darzustellen und gesagt hat dass ich keine Ahnung habe und sonst was wegen dem ist das alles irgendwie äh wegen dem ist das alles entstanden und jetzt komm nicht wieder auf das Herz zurück ich mache meinen Tab hier auf und wenn ich meinen Tab hier aufmache dann sieht man dass bei neuen Kommentaren keine Herzen sind wenn ich die lese gebe ich einen Herz gut hier sind jetzt Herzen dran weil das von dem Community Raid heute war die musste ich ja zwischendurch einladen aber ich mache immer Herzen dran wenn ich einen Kommentar gelesen habe wenn keine Herzen sind habe ich das noch nicht gelesen ja ich muss dann immer so lange hier die Kommentare lesen und beantworten und durchgehen bis permanent durchweggehend Herzen kommen denn dann weiß ich bis dahin habe ich schon gelesen das habe ich alles schon entdeckt man sieht das hier sind überall Herzen nicht weil ich sage das ist der beste Kommentar den ich je gesehen habe manchmal schreiben guck voll früh Herz das ist ja nicht meine Aussage aber ich habe es gelesen deswegen ist ein Herz dran das heißt nicht dass ich den Kommentar besonders gut feiere und jetzt das alles was oben drüber wäre müsste ich mir alles noch durchlesen und müsste alles noch beantworten weil die Zeit nehme ich mir für die Community hier sieht es halt doof aus weil da ist an dem ein Herz dran bei den anderen noch nicht aber die sind halt alle auch erst danach vor allem Rams ist der Dicke mit CK schreibt doch mal mit Doppel K so wie es richtig ist die sind halt alle erst danach entstanden ja in der Whatsapp und was sind da für Antworten dabei habe ich drunter geschrieben ja bitte mach das mal das ist das Beste nee ich war neutral und wie gesagt viele können sagen ich glaube ich mach morgen mal das oder das oder hier oder bla oder sonst was jeder kann irgendwas sagen es muss doch nicht heißen dass die Leute das wirklich machen wenn sie es natürlich wirklich machen ist es unnötig sage ich auch ist unnötig habe ich auch dann gesagt als wenn sich beschwert hat dass er angerufen wird habe ich ja in der Community in dem Livestream mit über 2000 aufrufen habe ich ja auch gesagt dass die Leute das bitte lassen sollen und dass das nichts bringt und das Quatsch ist weil es ja nicht darum ging es ging um das Thema kann ich verstehen dass das nicht schön ist ja und ähm ich weiß nicht ich weiß nicht was er für ein Mensch ist aber das was er heute gemacht hat oder halt gestern er hat damit eigentlich bin ich ein richtig korrekter Mensch wenn man auch normal mir gegenüber ist und mir nicht so eklig arrogant und überheblich auf die Füße tritt und mich als Idiot hinstellt ja das nee die Leute aus deiner Gruppe die mich danach angeschrieben haben haben ja auch gesagt dass ich vernünftig bin und dass ich eigentlich ganz korrekt bin die leider mit reingezogen wurden weil das vielleicht gezeigt wurde aber das sind nicht es wurde nicht 250 Leute gezeigt vielleicht zwei drei andere außer euch beiden das war ja auch nicht beabsichtigt so sollte das ja auch nicht laufen es ging ja nur um euch hätte ich jetzt einfach alle einspeichern müssen dass da ein Name steht und dann wäre das vielleicht sinnvoller gewesen aber in dem Moment ich war wütend ich hab das aufgenommen hab die Geschichte erzählt ist dumm von mir so unachtsam gewesen zu sein ist nicht schön weiß ich äh dadurch dass er glaube ich das Video auch gemeldet hat und YouTube mir geschrieben hat dass ich bitte die Sachen unkenntlich machen soll die nicht in Ordnung sind muss ich dann eh nachher mal gucken müsste ich es ja eh unkenntlich machen aber so bleibt das Video weiterhin online und die Geschichte ist trotzdem da auch wenn man da nichts mehr lesen kann vielen Leuten geschädigt ich Gott sei Dank hab noch keine Anrufe bekommen ähm ja du hast keine bekommen guck mal ich glaube die anderen Leute die nicht Sven heißen haben auch keine Anrufe bekommen beziehungsweise hat es auch noch keiner gesagt also ist er der einzige der wirklich am meisten Dreck am Stecken hat ist der der gerade Probleme hat und vielleicht hätte er sich auch einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollen ich glaube bei einer normalen Sache hätte keiner einen Grund gesehen zu sagen boah Digga was ist mit dir nicht richtig ja aber wer sich so gibt der muss sich ja nicht wundern wenn er damit nicht gerade auf auf nächsten Liebe stößt da bin ich jetzt erstmal noch beruhigt aber das wird denke ich mal in die nächsten Tagen kommen vielleicht kommt es auch gar nicht vielleicht ist es ja so dass wenn man nicht weiterhin immerzu auf dem Thema rumreitet und das Thema weiter hochpusht dass dann einfach gar nichts mehr kommt weil das dann einfach durch ist und uninteressant ja ihr müsst jetzt nicht denken dass das jetzt bis zum Lebensende immer so sein wird aber ich erhalte um wir haben jetzt 2 Uhr 15 mache ich jetzt das Video und ich habe knapp um 1 Uhr einen Anruf bekommen von einem der in meiner Gruppe war und es waren Jugendliche ich habe mir gedacht komm ich gehe mal ran ich habe mir gedacht äh guck nachts um die Uhrzeit rufen Leute bei ihm an von seiner eigenen Gruppe aber mir sagt er er wird nachts angerufen er fühlt sich belästigt das kann nicht sein selbst aus seiner eigenen Gruppe rufen ihn Leute an um die Uhrzeit er bietet ja auch 24 7 Supportern für seine Gruppe und ist rund um die Uhr erreichbar und jeder hat seine Nummer und jeder kennt seine Nummer und er hat ja nicht nur seine WhatsApp Gruppe er hat auch seine Telegram Gruppe wie er sagt und dann hat er noch sein was für sich alles also er ist doch eh da und jeder hat sein Zeug ähm er hat wahrscheinlich meine Nummer von dem Video oder von der WhatsApp Gruppe und er will irgendwas wissen jemand aus seiner Gruppe ruft ihn an der die Nummer ja wahrscheinlich aus meinem Video hat hä wenn du wenn du schon wusstest dass das jemand aus deiner eigenen Gruppe ist wieso sollte der die Nummer dann aus meinem Video haben wenn er in deiner Gruppe ist dann hat er doch die Nummer sowieso immer das ist jetzt keine Lüge aber das ist einfach ein Denkfehler gerade heulend angerufen angerufen du kannst jetzt die Tonaufnahme aber nicht zeigen Digga was machst du da ruft jemand an aus meiner Gruppe schnell mal das Aufnahmegerät daneben halten ihr wisst schon dass man nichts aufnehmen kann wenn man telefoniert außer mit einem separaten Gerät warum sollte er denn einen Anruf den er hat in dem Moment aufnehmen wenn er sagt da hat jemand aus meiner Gruppe angerufen also aus seiner eigenen Gruppe wegen Support warum nimmt er das auf oder hat derjenige eine Memo gemacht sodass er die jederzeit abspielen kann warum sagt er dann aber er wurde angerufen wenn er ja jetzt eigentlich eine Memo gekriegt hat und deswegen sagt er darf die uns jetzt nicht vorspielen warum hast du Anrufe aufgenommen das klingt schon wieder weiß ich nicht glaube ich wieder nicht weil er sich gerade schon wieder irgendwie erst sagt er so und dann so also für mich ergibt das keinen Sinn man hat mich angerufen man hat gesagt ich erhalte Morddrohungen äh weil meine Nummer irgendwie preisgegeben worden ist dir diese ich will ein kleines Kind ein kleines bibberndes weinendes Kind hat angerufen ich erhalte Morddrohungen sonst was du hast gesagt jemand aus deiner Gruppe wurde angerufen hast du mir privat geschrieben ich habe Svenny gefragt du hast ja selbst gesagt du wurdest nicht angerufen von jemand anderen weißt du auch nichts Svenny wurde angerufen Svenny sagt selber er wurde angerufen alles in einig der einzigste der angerufen wurde ist Svenny es steht sogar darunter dass Svenny angerufen wird du hast gesagt einer aus deiner Gruppe du wolltest den Namen nicht nennen Svenny hat bestätigt dass er das war Morddrohungen du sagst Morddrohungen Svenny sagt Morddrohungen Svenny Sonst was deswegen habe ich gesagt gut ich kümmere mich drum dass ihr doch nicht belästigt werdet jetzt sagst du da ruft ein kleines Kind an total verheult und bibbernd ich bekomme Morddrohungen Sven ist kein kleines Kind Digga Sven ist ein erwachsener Mann der ist wahrscheinlich älter als du und er hat gesagt er bekommt Morddrohungen nämlich dass die Leute sagen seine Mutter soll verrecken was richtig asozial ist das ist aber trotzdem keine Morddrohung weder gegen die Mutter noch gegen Sven selber also irgendwo passt schon wieder was nicht du kannst nicht sagen ein kleines Kind bibbernd ruft dich an aber du darfst die Aufnahme nicht vorspielen eine Aufnahme von einem Anruf und zwar ein kleines Kind wenn es um Sven geht der Familienvater ist das müsst ihr schon das ist jetzt aber die fünfte Lüge eine Person hat mir am Telefon gesagt du es geht mir richtig schlecht ich bekomme SMS Nachrichten ich bekomme Anrufe die sagen die haben meine Adresse SMS Nachrichten dann habt ihr ja den jetzt die ganze Zeit heißt wir kriegen unterdrückte Anrufe wir kriegen unterdrückte Anrufe wurde mir geschrieben jetzt sagen sie sie bekommen SMS Nachrichten dann habt ihr doch die Nummer da dann wisst ihr doch wer das ist ja dann könnt ihr auch gegen sowas vorgehen wer sowas macht macht sich ja selber strafbar da wer dir Morddrohungen per SMS schickt der macht sich ja strafbar dann zeigt doch denjenigen an herausgefunden meine Handynummer haben die auch ich weiß nicht mir am Telefon gesagt du es geht mir richtig schlecht ich bekomme SMS Nachrichten ich bekomme Anrufe die sagen die haben meine Adresse herausgefunden sie haben die Adresse der einzige der was gesagt hat war Whisky zu mir selber es war richtig leicht rauszufinden da ich ja überall mein Zeugs angeben muss durch das Google Partner Dings Unternehmenszeug wer ich bin und wo ich bin und meine Adresse und alles und hin und her jetzt haben sie plötzlich die Adresse von Svenny in dem Moment wo sie anrufen ich glaube nicht dass die kleinen Kinder aus meiner Community die da anrufen angeblich irgendwie eure Adressen herausgefunden haben über was denn ihr seid doch hier die Cyber Hacker ihr seid doch die Leute die so schlau sind die alles wissen meiner Meinung nach labert er einfach nur gerade Bullshit und macht einen riesen Fass auf und drückt auf die Tränendrüse damit das alles irgendwie noch dramatischer dargestellt wird als es ist meine Handynummer haben die auch ich weiß nicht woher und er ist aber aus der Gruppe schon länger draußen gewesen ähm also praktisch als das passiert ist ist er dann aus der Gruppe raus und er war aus der Gruppe draußen und dann kamen die Anrufe wieder und wieder also er ging aus der Gruppe raus und dann kamen die Anrufe ja und wer hat gesagt wer aus der Gruppe raus ist Svenny und du sagst jetzt jetzt hatte ich ein kleines Kind angerufen also wen willst du jetzt eigentlich verarschen Svenny ist ein erwachsener Mann der ist älter als du und du sagst hier ein kleines Kind wurde angerufen und hat geweint am Telefon und bla und sonst was jetzt sind's plötzlich SMS vorhin war's noch ja ich werde unterdrückt angerufen jetzt sind's SMS dann sind's Memos dann sind's sonst was was denn nun und verdreht doch einfach nicht die Tatsachen weil er das Video ja von dem Ramses schon gesehen hat ungefähr so war das äh ungefähr so war das keine Ahnung keine Ahnung ich hab nicht da wirklich drauf antworten können ich kann dem oder die auch nicht helfen ich konnte nur sagen ich werde versuchen irgendwas zu klären damit dieser schöne Herr eventuell das Video noch rausnimmt weil das einfach Bullshit ist ja dann blockier mich doch nicht immer nach jeder Frage die ich stelle sondern dann red doch einfach mal mit mir wenn ich wissen wollte es fing ja damit an dass du mich vorgeführt hast und dich über mich lustig gemacht hast dass du vor deiner Gruppe mich bloßgestellt hast und dass ich hier Halbwahrheiten verbreite und das sonst was und keine Ahnung und dass ich keine Ahnung hab genau und du behauptest sowas weiter ich betreibe Rufmord und ich würde Unwahrheiten verbreiten und erzählen ich weiß immer noch nicht was jetzt Unwahrheiten waren oder was Rufmord ist in dem Sinne bei der ganzen Sache Nummern liegen ist so aber war ja nicht mit diesem Ergebnis was da draus wird ist halt scheiße aber solange du nicht verstehst dass das eigentliche Problem was ganz anderes ist weiß ich nicht ich sag nicht dass es sinnvoll ist und dass jeder so machen soll aber ich worum geht es dir überhaupt das Bullshit was er da gemacht hat und das wisst ihr alle es ging hauptsächlich allein um diese Aussage mit diesen blöden Shiny Raid Pokémon auf die er beruht und er diese ähm praktisch dann als Fazit in einem Video zieht und damit ganz viele Leute schädigt im privaten Leben ja ganz viele Leute eine Person wurde angerufen Sven der 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 das Ganze ins Rollen gebracht hat der 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 dich gegen mich aufgehetzt hat und mich gegen dich aufgehetzt hat derjenige der die große Fresse hatte der einen ausgelacht hat und gesagt hat dass ich keine Ahnung hab derjenige der uns gegeneinander ausgespielt hat ja ganz viele Leute Leute denen ihre Nummer gezeigt wurde haben mir bestätigt dass sie nicht angerufen werden und dass keiner von ihnen belästigt wird weil wohl nur derjenige der sich dumm verhalten hat jetzt dummes zurückbekommen guck mal nicht mal du wirst belästigt dann ist doch okay die Leute kriegen Anrufe die kriegen SMS Pizza wird irgendwie bestellt da ruft irgendein Pizza Service an ich denke mal das ist dieser Fakebot den ihr kennt hallo sie haben Pizza bestellt wo muss ich hinliefern sie haben die Adresse vergessen und so weiter da würde ich aber froh sein wenn mir jemand Pizza bestellt am besten so ein 38 cm von Flutty weil hier was soll ich denn sagen guck doch mal bei mir rufen die Leute an und sagen yo sind die Pokémon noch da die sie bei Ebay haben dann schicken die mir eine Anzeige her da steht meine Nummer drin weil die Leute einfach sich da Scherze machen und sonst was ich kenne das alles musst du mir nicht erklären ich weiß wie bescheuert Leute sein können nur ich habe es mir nicht ausgesucht Sven schon ihr wisst es ja ihr kennt diese Scheiße hört auf damit es hat einfach keinen Sinn also ich habe damit im Prinzip mir ist das klar wenn ich meine Nummer preisgegeben habe in meiner Whatsapp Gruppe was ja logisch ist dann kann mich jeder anrufen hat aber keiner gemacht weil viele Keiner hat angerufen fertig durch diesen hier ist es aber leider nicht so mehr gewesen ja ähm ja ach jetzt ist es ist es nicht nicht mehr so gewesen aber du hast eben noch gesagt dass du selber nicht angerufen wurdest noch nicht angerufen außer von einem aus deiner eigenen Gruppe wo du denkst dass der deine Nummer nur von dem Video von mir haben kann oder vielleicht aus deiner Gruppe selber ja dann denk mal nach wenn es dein Mod ist der Sven der mit dir zusammen da gegen mich geschossen hat und jetzt kennst du ihn plötzlich gar nicht und er ist ein fremdes kleines Kind ich kann nicht mehr dazu sagen zu dem Thema es ist einfach schade zu sehen dass es solche Leute noch gibt und die einfach einen Scheiß drauf geben was andere dabei fühlen genau und wer hat einen Scheiß drauf zeigen als ich dich angeschrieben habe wie du mich ausgelacht hast wie du nichts klären wolltest wie du einfach nur auf mir rum getrampelt bist wie du jetzt auf kleines opfer machst und sagst den ist es scheißegal wie es einem dabei geht vielleicht lernst du jetzt mal draus und beim nächsten mal pisst du den Leuten nicht so an den Koffer ja hab ich auch gesagt so langsam am Ende die richtigen trifft und sie daraus lernen ja du meinst wahrscheinlich dich selber nee ich mein genau dich obwohl eigentlich Svenny müsste ja der böse sein aber du bist ja das unschuldslamm grad für Personen im Internet geschädigt werden ja grenzt ja schon an Cyber Mobbing ja ist auch so es ist auch alles Cyber Mobbing einen in der Gruppe so vorzuführen und dann rauszuschmeißen und dann danach noch schlecht reden und jeden der auch nur einmal sagt dass dein Verhalten nicht in Ordnung war drohst du auch gleich mit einem Bann und mit irgendwelchen Konsequenzen also das ist schon Cyber Mobbing das ist ja du hast gezielt meinen Namen in den Dreck gezogen und mich als Person zusammen mit Sven aber eine Nachricht an dich kam es ist der Dicke ich weiß nicht wie alt schätzt das kann der auch schwer zu sagen wie alt schätzt man den also meistens bin sehe ich jünger aus als ich bin wenn ich 32 schon bin vielleicht ist er 28 nehmen wir einfach mal so ich kann ja nachher mal fragen auch egal sein aber für mich kommt es einfach rüber dass es alles Absicht gewesen ist du hast irgendeinen Grund absichtlich habe ich mich in eure Gruppe einladen lassen um mich dann als Dummschwätzer hinstellen zu lassen und absichtlich wollte ich dass die Leute respektlos zu mir sind weil ich herein bin ich wollte nur helfen ich habe auf eine Frage geantwortet von einem Mitglied aus deiner Gruppe der wissen wollte wie das und das ist dann habe ich ihm erklärt wie das ist und dann kam Svenny und hat gesagt ich habe keine Ahnung das war alles von mir von langer Hand auf jeden Fall geplant so gesucht ja etwas gegen mich zu hetzen und hast dabei aber andere Leute geschädigt gegen dich zu hetzen es ging doch eigentlich gar nicht um dich ich habe mich nur gegen Sven gewährt und Sven hat deine Aussagen und deine Namen und dich markiert und dich mit reingeholt sodass ihr die whatsapp grubbe wurde deswegen aufgelöst weil ich einfach ein zweites mal damit vermeiden wollte solange das video leider online ist und die nummern nicht zensiert werden das wird er auch nicht machen bis halt der wieso kann ich doch machen ist doch kein Problem aber du redest ja nicht mit mir bruder mir ist wichtiger dass das Video oben bleibt als die Tatsache dass man Nummern sieht mir ging es einfach nur um die Geschichte in dem Video und die Aussage von dem Video und nicht dass da Nummern so sehen sind wie gesagt bisher niemand bis auf Sven aber Sven ist ja ein kleines Kind in seinen Augen bekommen haben weil im Prinzip habe ich ja damit auch eine Schuld weil ich habe ja die Gruppe öffentlich wo ihr dann reinkommt natürlich ist die Gruppe für jeden ja freiwillig beizutreten ich muss auch mal sagen gut Whisky hat mich ja nicht aus der Gruppe geschmissen das war ja auch Sven also Sven ist der böse es ist jedem klar wenn er reingeht dass die Nummer dann preis gegeben wird im gleichen Boot sitzen dann muss keiner irgendwie versuchen anderen absichtlich eins reinzuwirken gebe ich ihm auch recht über vier Monate ohne Probleme funktioniert und dann kommt jetzt hier einer dahergelaufen der ein bisschen klicks oder sonst was geiern möchte mit seiner klicks genau ich bin in die Gruppe um klicks zu machen ich bin in die Gruppe weil ich eingeladen wurde und ich möchte einfach nur ich habe schon immer Videos gemacht über Dinge die mich aufgeregt haben und man pisst mir nicht ans Bein dann sage ich auch nicht dass du mir ans Bein gepisst hast 0815 meinung sorry dass ich das so sage knall habe aber das war auf jeden Fall ultra hart war wirklich unterste Schublade ich appelliere nochmal hier an den gesunden Menschenverstand und ich hoffe einfach dass einfach das Video zensierst zu mir aus im Prinzip deine Aussage was du gegen mich sagst ist mir völlig egal das ist mir die Aussage ist völlig egal aber du meldest dich zu Wort weil ich Unwahrheiten verbreite also warum machst du gerade dieses Video völlig egal zensier es einfach lass das Video von mir aus oben aber zensier die Nummern und mehr will ich eigentlich gar nicht dass die Leute nicht weiter Ja kann man noch machen wie gesagt wäre kein Problem schon alleine wegen dem guten Mann der mir in Whatsapp geschrieben hat der einzigste von euch weder Sven noch du hat es ja geschafft normal eine Konversation zu führen es war immer nur einseitig du hast immer nur ich setze dich unter Druck ich setze dich unter Druck ich werfe was in den Raum und ich ach ja aber warum denn überhaupt und du wirklich los 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 und ich sag jetzt red doch einfach mal Klartext Bruder nein 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 fragen Leute selber ich mache Druck und Svenny auch ich bin kleines Kind ich muss nachts anrufen und sagen das musst du auf jeden Fall so in dein Video mit rein nehmen und der gute Mann sagt ja boah das ist voll kacke wie das gelaufen ist er versteht mich auch ja das aber es wäre schön wenn ich das irgendwie zensieren könnte er wurde zwar noch nicht angerufen und alles aber er fühlt sich dann besser wenn er weiß dass das jetzt nicht unbedingt jeder sieht und das ist doch vernünftig belästigt werden je mehr Aufrufe dein Video hat desto mehr kann es passieren dass die Leute dadurch dieses Problem haben je mehr Aufrufe mein Video hat deswegen verlinkst du extra mein Video in deiner Beschreibung wo du selber 27.000 Abonnenten hast weil es ja das schlimmste sein kann dass mein Video noch mehr Aufrufe kriegt und es mehr Leute sehen und deswegen verlinkst du es da mit deinen 30.000 Abonnenten fast 30 und dann kommen wir noch zum letzten themapunkt wo ich dementieren muss weil es geht darum er stellt mich hier auch öffentlich hin als würde ich kleine Leute abziehen oder die Jungs abziehen wegen den kleinen Leute Lilliputana oder was Keys ihr wisst ganz genau Leute ja ist ja schön wenn er das jetzt erklärt vielleicht ist es ja anders aber wie gesagt meiner Meinung nach kostet ein Key 5 Euro für einen Monat und er nimmt halt 10 Euro von euch und dann würde er 5 Euro von sich haben und die kleinen Kinder haben ja immer nicht so viel aber wenn du einem kleinen Kind sagst gib mir 10 dann darfst es boven die sagen einfach ja Hauptsache ich kann es boven das muss man nicht machen Unwissenheit ausnutzen außer er sagt jetzt oder rechnet oder beweist dass eine Umrechnung von einer Pay nö er will ja auch was er will auch ein Stück vom Kuchen wenn ihr einen PG-Sharp Code braucht dann könnt ihr den Key auf der Website für 5 Dollar ungefähr erwerben allerdings geht da nur Paypal ich biete für die Leute an die kein Paypal haben also ich denke mal die meisten die jetzt mit Pokemon Go angefangen haben sind zwischen 14 16 17 haben kein Paypal aber können sich eine PaySafe Card holen okay ich weiß zum Beispiel gar nicht was PaySafe Card ist aber ist ja auch egal was kann man machen was ich machen kann und was ich anbieten kann ist eine PaySafe Card umzuwandeln auf zwei Methoden die einfach sehr hohe Gebühren mit sich nimmt angeblich nicht aber wenn du das uns jetzt vorrechnest jeder kann das nachgoogeln ich habe Beweise geliefert dass es einfach so ist ich mache ja die bringste bestimmt jetzt aber nicht mehr durch keinen Gewinn das einzigste was da passiert ist dass diese 10 Euro Guthaben vom PaySafe Card aufs Paypal Konto nicht ganz ausgezahlt werden sondern man bekommt knapp 5 Euro 40 raus und 4 Euro 60 gehen an diesem Gebührenhändler der die PaySafe Card umwandelt wenn man auf der PaySafe Card Seite also myPaySafe möchte aufs Bank Konto zahlt man 7 Euro 50 Gebühren das ist schon mal viel mehr wie wenn ich das auf einer anderen Seite mache oder über einen Partner der mir dabei hilft die PaySafe Cards umzuwandeln diese Unterstellung ist einfach wieder komplett dreist ich weiß nicht woher er sich diese Sachen nimmt es hat sich wirklich keiner beschwert ich ich habe das daher weil Leute von dir gesagt haben dass das so dass die Gebühren günstig sind und auf jeden Fall keine 5 Euro betragen und deswegen du voll die Leute abziehst was finde ich das denn hier PaySafe Card kaufen Währungsrechner PaySafe Cash ist das sowas ich würde es ja gerne haben irgendwo was ich gemacht habe ich habe den Leuten geholfen einen Key zu bekommen für PG Sharp oder für iPogo und das war's ich habe ja aber guck mal ein Salvatore der kann ja auch sich damit brüsten und sagen ich habe dem geholfen ein Tropius zu bekommen ja aber sagt gib mir deine Account Daten überweist mir 15 Euro und dann fange ich dir einen Tropius wir damals in der Gruppe wo wir alle Spoofer waren und spoofen konnten und du bist ja auch einer davon und deine ganzen Leute sind auch so wir haben gesagt ja wir machen so einen Fangservice weil wir das kacke finden dass Salvatore die Leute abzieht und dass der Geld aus der tasche zieht und deswegen wenn jemand was möchte ab und zu fangen wir was sollen sich halt melden und dann haben wir den Leuten das gefangen was sie brauchten zu Not auf 2 Accounts oder man hat das mal rüber getauscht wir haben da kein Geld für verlangt aber gut es kann nicht jeder sagen es muss jeder kostenlos machen solange es Leute gibt die Geld dafür bezahlen und für einen Tropius 15 Euro ausgeben solange wird es nachgucken ich habe keine Ahnung wo wenn du sagst es bleiben nur 5 Euro 40 übrig wenn das wirklich so ist dann entschuldige ich mich hier ganz aufrichtig und öffentlich dann ziehst du niemanden ab du hilfst einfach nur und hast 40 Cent plus die man ja trotzdem für deinen Aufwand mitnehmen kann dann ist es ein Unding von Paysafe Cards dass die Umwandlung mega teuer ist ob das aber so ist oder nicht weiß ich nicht keinen Gewinn daraus gezogen ich kann mit Paysafe Cards sowieso nichts anfangen das Einzige was ich machen kann ist sie umzuwandeln ich habe den zurückgegeben das ist ein Geben und Nehmen darauf basiert meine Community das versteht aber dieser Ramses anscheinend überhaupt nicht und hat das komplett in den falschen Wind bekommen was mich sehr sehr ärgert ja mich hat es ja auch geärgert alles wie das war und dann kommen die Leute und sagen ja der zieht ja auch die kleinen Kinder ab der nimmt 10 Euro obwohl so ein Ding nur 5 Euro kostet dann denkt man ist auch nicht so schön weil man das mit Salvatore kennt und dann ist das einfach im Hinterkopf noch gewesen wenn das nicht stimmt wenn das Quatsch ist dann ist das eine Unwahrheit gut dass du dich nicht bereicherst sondern dass das teuer ist ich kann es leider aber nicht nachvollziehen oder naja ich möchte dazu einfach nichts sagen viele von euch die den Service in Anspruch genommen haben kennen mich sie kennen meine Hintergrund Geschichte sie kennen mich privat weil wenn das ganze über passive card läuft dann werden Daten auch rausgegeben die auch privat sind ja und wie gesagt schreibt in den Kommentaren was ihr davon haltet ich habe jetzt nichts mehr zu sagen zu dem Thema ich appelliere wie gesagt nochmal an den netten Ramses der dicke einfach das Video zensieren mehr will ich gar nicht lass das Video von mir aus oben mach deine Klicks damit es juckt mich kein Meter aber zensiert das komplette Video wo du die Nummern zeigst das ist das wichtigste was du machen kannst damit du die anderen Leute nicht schädigst und das Thema ist für mich gegessen ich schließe damit ab das ist das einzige Video dazu es sei denn der du hast jetzt gesagt unkenntlich machen ich hab gesagt ist kein Problem wenn das die Lösung ist ist das die Lösung trotzdem waren hier noch fünf Sachen drin die gelogen waren wo ich jetzt aber trotzdem versöhnlicherweise sagen würde manche Dinge kann man ja auch verwechseln also dass du sagst ich war in eurer Telegram Gruppe kann ja ein versehen sein dass du einfach nur davon ausgegangen bist die Sache mit Svenny und dem kleinen Kind was angerufen hat obwohl der einzigste der angerufen wurde Svenny war und Mottrungen gekriegt hat und was eine Mottrung ist und was nicht und das angeblich hier da will man auch nicht drauf rumreiten ich mein ich kann ja du kannst nichts beweisen ich kann nichts beweisen du würdest mir niemals einen Screen schicken von einer Nachricht die ein Svenny bekommen hat der es an dich weiter geleitet hat wo dort steht welcher Typ Svenny eine SMS geschrieben hat mit ich bringe dich um du Bastard oder sonst was würdest du ja eh nicht machen hast ja schon gesagt und deswegen ich glaube auch gar nicht dass das so ist das sind Dinge die können wir nicht klären weil jeder einfach irgendwas behauptet trotzdem hast du dich in Widersprüche verwickelt ist meine ehrliche Meinung dass das alles aus dem Ruder gelaufen ist 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 Fakt dass das mit den veröffentlichen mit den Nummern dass ich das nicht vorher unkenntlich gemacht habe ist scheiße von mir gebe ich zu aber wenn du dich jetzt wenn du dich in in der WhatsApp Gruppe so wie jetzt gegeben hättest dann wäre das alles nicht gewesen das wäre alles nicht passiert aber irgendwo sehe ich trotzdem dass Svenny wohl der ist der das halt alles weiß ich nicht der hat dich einfach aus dem nichts dann markiert du wusstest wahrscheinlich nicht mehr um was es geht großartig da war es dann schon mittendrin Svenny hat angefangen mir dass ich keine Ahnung habe und sonst was und bla 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 und es ist jetzt alles einfach so gelaufen ich weiß nicht ich fände gut wenn du dir das ansonsten wer sich das auch ganz angeguckt hat schreibt mal einen Kommentar drunter einfach hashtag sanfter engel weil er kommt mir jetzt vor wie so ein unschuldslamm wie so ein engelchen und sanfter engel ist ja so ein orangen getränk mit einer eiskugel drin und wer das wirklich zwei stunden gegeben hat macht mal hashtag sanfter engel dass ich weiß wer alles geguckt hat ich finde es wurde einiges klargerückt wenn ich jetzt hier das mit den pay safe karten sehe ich sehe hier nur dass so was dasteht wie 10 euro pay safe card plus 249 service gebühren was jetzt hier service gebühren sind weiß ich nicht du hast ja gesagt 4 euro 60 sind service gebühren fürs umwandeln ob das jetzt hier service gebühren sind fürs umwandeln oder ob das andere service gebühren sind ja müsste ich jetzt 1249 bezahlen damit ich 10 euro pay safe card ja ne keine ahnung kann sein dass das immer noch abweicht und dass das nicht die genauen werte sind dass dir dann nur 40 cent bleiben glaube ich halt auch nicht so wäre schön wenn du mir in den Kommentaren vielleicht einen Link oder einen Beweis oder du kannst mir ein Whatsapp schreiben zeig mir doch einfach mal so eine Mod drohung zeig mir einfach mal wer dir da geschrieben hat oder sonst was es würde mich interessieren dass die Wahrheit wirklich auf den Tisch kommt und ich werde jetzt auch gleich noch mal einen Kommentar hier mir 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 vor als als wäre in der Gruppe eine ganz andere Person gewesen oder die einen ausgelacht hat die ganze Zeit kann ich es nicht nachvollziehen das war es trotzdem wobei das sei da aus schreibt mal eure Meinung nun drunter wer sich das jetzt ganz angeguckt hat vielleicht auch Leute von whisky die drunter schreiben und sagen Ramses du bist immer noch ein Spaß keine Ahnung ich werde mich um den Rest kümmern wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer Ramses